Marie Manke, Ilse Doris Glück Eine Erzählung für Mädchen Gelesen von Henrike Hess Erstes Kapitel In einem kleinen Hause Weit draußen am Ende der kleinen Stadt, zwischen furchtbergenden Scheunen und niedrigen Kettnerhäuschen, stand mitten in einem Garten ein einstöckiges Haus. Wilder Wein umrangte es bis zum First, sodass es einen sehr malerischen Anblick bot, obgleich es eigentlich sehr prosaisch war, ja einen mehr ärmlichen Eindruck machte. Nur der grüne Umhang der schwankenden Ranken verlieh dem Häuschen das lieblich pulsivolle Aussehen. Eine grün angestrichene Tür führte auf den Vorplatz, der mit Steinquadern geflastert war. Auf ihn mündeten verschiedene Türen. Aus einer leicht angelehnten Tür schwebten zierliche, bläuliche Rauchwölkchen hervor, die sich verbreitend den Duft von frisch gebackenem Kuchen durch den Vorplatz trugen. Stimmen erklangen. Schaumütterchen, wie köstlich der Napfkuchen gebräunt ist, rief eine helle Mädchenstimme. Vorsicht, Ilse-Dore, lass ihn nicht fallen, warnte eine tiefere Frauenstimme. Habe keine Sorge, Muttchen, mit solchem Prachtkuchen geht man schon vorsichtig um. Die Küchentür wurde aufgemacht und ein schlankes, junges Mädchen erschien auf der Schwelle. In den Händen hielt sie einen Teller mit einem Prachtkuchen. Nun, ich will gleich die Blumen zum Kranzepflücken, bemerkte sie, das Köpfchen ein wenig zur Seite neigend. Ein neugieriger Sonnenstrahl umschmeichelte in diesem Augenblick die Gestalt des jungen Mädchens. Ihr schlichtes rosa Cartoon-Kleid, dessen einziger Schmuck in einer schmalen Spitzenkrause um den Halsausschnitt bestand, wurde zum größten Teil durch eine blauleinende Küchenschürze verdeckt. Ihr Gesichtchen, von der Hitze am Backofen gerötet, strahlte vor seligem Glück. Muttchen, bedenke doch, das ist der erste Kuchen, den ich ohne deine Hilfe eingerührt und gebacken habe. Was wird der Vater sagen und Emmerich, vollendete das junge Mädchen, ihr Werk voller Stolz beschauend. Freilich wohl, aber wir haben es uns auch was kosten lassen. Wir nahmen nur von den allerbesten Zutaten, war Frau Mellenhoff ein. Die Zeiten sind schlecht. Da darf man sich nur an hohen Festtagen wie heute solchen Luxus gestatten. Dafür haben wir dann auch viel mehr Genuss davon, als wenn jeden geschlagenen Tag Kuchen und Torten auf unserem Tische stünden. Und, liebstes Muttchen, satt sind wir doch stets geworden, setzte Isedore hinzu. Du bist ein genügsames Menschenkind. Aber Isedore, ich denke mir, es muss ein Hochgefühl sein, wirtschaften zu dürfen, ohne an die knappe Kasse zu denken. Einen Augenblick schwieg Isedore, dann aber schüttelte sie ziemlich energisch ihr Köpfchen. Kann ich eigentlich nicht finden. Vater sagte neulich noch, die reichen Leute haben meist sehr wenig von ihrem Reichtum. Sie sind eben von Kindheit an den Überfluss gewöhnt und würden sich sehr wundern, wenn sie das Geld nicht mehr mit vollen Händen ausgeben dürften. Magst ja recht haben, erwiderte langsam die Mutter. Und ein leiser Seufzer begleitete ihre Worte. Aber wenn ich bedenke, wie fein und vornehme es beim Kommerzienrat Werthaus zugeht, da kommen mir so Gedanken und... Isedore hatte ihr Tablett auf den Mitteltisch im Wohnzimmer niedergestellt. Nun kniete sie neben dem Stuhl, auf dem ihre Mutter Platz genommen hatte, nieder. Mütterchen, du möchtest doch nicht mit Frau Kommerzienrat tauschen. Du bist frisch und gesund, während sie schon seit Jahren an ihren Fahrstuhl gefesselt ist. Ich glaube kaum, dass sie sich so restlos glücklich fühlt in ihrer eleganten Villa, wie du in unserem kleinen Häuschen. Und... Isedore stockte. Sie neigte ihr Köpfchen tiefer, bis ihre frischroten Lippen die hartgearbeitete Hand ihrer Mutter streiften. Glaube mir, Hortense und Elisabeth können ihre Mama nicht so lieb haben, wie ich und Emmerich. Und wenn ich erstmal mein Lehrerinnenexamen gemacht habe und auf eigenen Füßen stehe, dann sollst du dich besser pflegen. Dann schicke ich dir jeden Monat einen Zuschuss zur Wirtschaftskasse. Mein geliebtes Kind. Gott segne dein Herz, flüsterte Frau Mellenhoff. Aber jetzt geh in den Garten. Es muss eine Anzahl Rosen über Nacht aufgeblüht sein. Isedore ging, mit Körbchen und Blumenschere bewaffnet, aus dem Zimmer. Gedankenvoll schaute Frau Mellenhoff ihrer Tochter nach. Ein liebliches Zukunftsbild entrollte sie vor meinen Blicken. Nur schade, setzte sie tief auf, seufzend hinzu, dass es sich wohl niemals verwirklichen kann. Woher sollte das Geld fließen, um Isedore nach einem Seminar zu schicken? Emmerichs Erziehung hat fast sämtliche kleinen Ersparnisse aufgezehrt, die wir im Laufe der Jahre beiseite legen konnten. Freilich, nun er seinen Examen hinter sich hat, kostet er nicht mehr so viel. Auf der Universität gibt es für Theologen namhafte Stipendien. Und da Emmerich fleißig und strebsam ist, so wird er sich schon durchschlagen. Freilich noch drei Jahre Universität, doch dann ist seine Zukunft gesichert. Ein Glück nur, dass mein Bruder in guten Verhältnissen in Berlin lebt und Emmerich in sein Haus aufnehmen kann. Sonst hätten wir seinen Wunsch, eine Universität zu besuchen, auch niemals erfüllen können. Frau Mellenhofer fiel in Nachdenken. Sie wusste es zu genau, dass Emmerich nur ungern Theologie studieren würde. Seine Talente und Fähigkeiten, seine Neigungen und Wünsche galten im Studium der Geschichte und Philosophie. Erst als Emmerich einsehen lernte, dass ihm kein anderer Weg zum Studium offen stand, hatte er schweren Herzens seiner Lieblingsneigung entsagt. Nun kam Ilse Dore mit ihrem Hoffen und Wünschen. Aus der Schule hatte sie stets die allerbesten Zeugnisse mit heimgebracht. Selbst der gestrenge Schuldirektor hatte es in ihrem Abgangszeugnis ausgesprochen, dass Ilse Dore befähigt sei, sich einem ernsten Studium zuzuwenden. Nur das Geld, das leidige Geld mangelte, um allen die köstlichen Hoffnungen zu verwirklichen. Und aus diesen Gründen wünschte Frau Mellenhoff reich zu sein, denn sie selbst besaß keinerlei Bedürfnisse und Wünsche. Ihr Wünschen und Streben galt allein dem Glück ihrer beiden geliebten Kinder. Auf dem Vorplatz schlug die mächtige Wand Dore eben die elfte Stunde an. Frau Mellenhoff erschrak. Es kam selten vor, dass sie am hellen, lichten Tage ihre fleißigen Hände feiern ließ. Nun galt es, die versäumte Zeit wieder einzuholen. Da habe ich mich verträumt, schon bald Mittag. Mein Mann erscheint pünktlich zum Mittagessen. Auch Emmerich schrieb, dass er gegen ein Uhr eintrifft. Wie freue ich mich auf meinen Jungen, der gewiss tüchtig gewachsen ist. Und sie verschwand schnell in der Küche, wo man sie zwischen Töpfen und Pfannen herumhantieren hörte. Ein Liedchen trellern, schritt Ilse Dore den Mittelgang im Garten entlang. Um sie her blühte und grünte es in üppiger Pracht. Wie wird Emmerich staunen, lachte sie vor sich hin. Der gute Junge hat keine Ahnung von dem feierlichen Empfang, der ihm zuteil werden wird. Schade, seine Ferien sind nur kurz bemessen und dabei muss er sich noch für sein Studium auf der Universität vorbereiten. Ilse Dore blickte auf. Ein Geräusch war an ihr Ohr geschlagen. Ah, drüben am Zaun lehnt Johannes Helldorf. Mit einigen Schritten stand Ilse Dore am Staket. Ist Emmerich schon eingetroffen, fragte Johannes atemlos vom Laufen seiner Jugendgespiele in die Hand entgegenstreckend. Noch nicht? Du hast dich wohl davon geschlichen? Na, wenn das dein Vater merkt, Johannes, rief Ilse Dore lächelnd mit dem Finger drohend. Ach was, Mittag ist wenig in der Apotheke los. Für zehn Pfennige Kamillen oder ein Büschchen Vaseline für ganze zwanzig Pfennige kann der Hausdiener auch verkaufen. Übrigens ist der Provisor auch anwesend. Du Ilse Dore, Grete schickt mich zu fragen, ob ihr diesen Abend nicht mal bei uns vorsprechen wollt, wenn auch nur für einen kurzen Besuch. Wir werden kommen, tröstete Ilse Dore. Du weißt, Vater geht gegen fünf Uhr noch einmal in die Fabrik. Da können wir, nachdem wir gefestbart haben, in der Apotheke vorsprechen. Jetzt lebt wohl, mein Junge. Ich habe noch viel zu schaffen, ehe Emmerich eintrifft. Mit leicht geneigten Haupte schritt Johannes der Apotheke wieder zu. Hoffentlich hatte der gestrenge Vater die Abwesenheit des Herrn Sohnes nicht bemerkt. Sonst, sonst gab es wieder eine jener garstigen Auseinandersetzung, die Johannes hasste. Emmerich war angekommen. Mit Freudentränen hatte die Mutter ihren großen Jungen in die Arme geschlossen. Selbst der sonst so ernste Vater hatte den künftigen Studiosus umarmt und gar Ilse Dore blickte voller Ehrfurcht zu Emmerich auf. Das Mittagessen war vorüber. Emmerich und Ilse Dore warteten in der von Feuerbohnen umrangten Laube auf ihre Eltern. Mitten auf dem zierlich gedeckten Tisch stand, von Rosen umkränzt, der Kuchen. Emmerich lehnte im Korbsessel. Behaglich dehnte und reckte er seine Glieder. Du Ilse Dore, es ist doch nirgends so schön wie zu Hause. Sei froh, dass die Mädchen bei Muttern bleiben dürfen. Dafür erlebst du in der großen Stadt an einem Tag mehr als wir in vier Wochen warf Ilse Dore ein. Voller Erstaun schaute Emmerich sein Schwesterchen an. Ihm war noch niemals der Gedanke gekommen, dass es ihrem Vaterhause zu enge werden könnte. Wie meinst du das, Kleinchen? fragte er dann. Ich möchte ein Seminar besuchen um... Heilige Einfalt, willst du die neue Mode mitmachen? Na, Ilse Dore, davon lasse die Hände. Glaube mir, du würdest krank vor Heimweh. Habe ich es doch noch nicht völlig überwunden, setzte er halblaut, als schämte er sich seines Geständnisses hinzu. Nun, hat dir Emmerich was Schönes erzählt? Mit diesen Worten trat der Vater in die Laube. Ihm folgte seine Gattin mit der bemalten Kaffeekanne, deren Pracht unter einem dickquartierten Kaffeewärmer verborgen war. Jetzt kommt der schönste Moment des Tages. Mit großer Wichtigkeit nahm er eine Zigarre aus der Kiste. Ilse Dore hatte inzwischen den Wachsstock, der in einem altertümlichen Messinggehäuse steckte, angezündet. Voller Behagen blies der Hausherr feine bläuliche Rauchwölkchen in die Luft. Wie das schmeckt! Solch eine Zigarre ist eine Zauberin. Hatte mich schon tagsüber auf den Genuss gefreut, setzte er zu seiner Frau gewendet hinzu. Es ist auch die einzige Zigarre, die du dir gönnst, lieber Mann, erwiderte Frau Mellenhoff, sich mit der rechten Hand die Rauchwölkchen zuwehend. Ilse Dore, schenke den Kaffee ein, der duftet heute besonders gut. Na, Emmerich, wendete sie sich an ihren Sohn, hast du schon Ilse Doris Meisterwerk den köstlichen Kuchen bewundert? Habe ich, zwar vorerst nur aus der Entfernung. Nun soll eine eingehende Prüfung stattfinden. Ilse Dore, du musst dein Meisterwerk auch anschneiden, schloss Emmerich. Mit hochropem Kopfe und einem fragenden Seitenblick nach ihrer Mutter nahm Ilse Dore das Messer zur Hand. Noch zögerte sie. Allein Mütterchen nickte ihr Mutigen zu. Da schnitt sie tapfer drauf los. Oh fein, lobte Emmerich. Unser Mütchen hat auch nicht mit den Zutaten gespart, setzte er behaglich Count hinzu. Dir zu Ehren, mein Junge. Dein Abgangszeugnis war sehr befriedigend. Das musste belohnt werden. Müsste eigentlich besser ausgefallen sein. Ich hatte Glück und war gut präpariert. Das Lehrer-Kollegium hat dieses Mal strenger über uns zu Gericht gesessen. Kommerzienrats Leo hat nicht sonderlich gut abgeschnitten. So? Seltsam. Der Junge hat Verstand und einen klaren Kopf. Da wird es heute in der Villa nicht viel gutes Wetter geben. Der Kommerzienrat rechnete auf ein recht gutes Zeugnis. Konnte er auch, betätigte Emmerich. Allein Leo hatte sich auf sein sprichwörtliches Glück und auf seine allerdings großen Kenntnisse verlassen. Er hatte auch mehr Gesellschaften besucht als früher. Dabei drängt sich allerlei Gesindel an solch ein Goldfischchen mit großem Wechsel heran. An mich schmissen sich derlei Windhunde nicht an, denn bei mir war nicht viel zu holen. Da hast du die Annehmlichkeiten, der Besitzlosen, bemerkte der Vater mit vollen Zügen seine Zigarre rauchend. Aber ich muss die gemütliche Sitzung heute Frühjahr abbrechen. Der Buchhalter hat sich Urlaub ausgebeten, da übernahm ich seine Vertretung. Mit einem Händedruck verabschiedete er sich von Frau und Kindern und eilte rüstigen Schrittes seiner Arbeitsstätte zu. Bald darauf entfernte sich auch seine Gattin, um einige Haushaltsarbeiten zu vollenden. Komm, wir wollen zum Apothekers gehen, schlug Emmerich seiner Schwester vor. Sagtest du nicht, dass Johannes mich erwartet? Zweites Kapitel Johannes Helldorf Das Pförtchen stand offen. Eine grüne Wildnis lag vor den Eintretenden. Der Garten des Apothekers umfasste einen mächtigen Raum, wie er nur in so weltentlegenen Städtchen möglich ist. Viele Morgen groß breitete er sich, bis an den Fluss ausstoßend hinter dem Hause aus. O Sonnenschein, O Sonnenschein, wie scheinst du mir ins Herz hinein? Wächst drinnen lauter Freude und Lust, dass mir zu enge wird die Brust, klang es plötzlich durch die fast feierliche Stimme. Unsere Grete, unsere kleine Nachtigall, komm, Emmerich, wir wollen sie in ihrem Nestchen überraschen, flüsterte Ilse-Dore. Kurz entschlossen zog sie den großen Bruder mit sich fort. Ilse-Dore kannte das Nestchen des Singvögelchens, wie Margarete Helldorf im Kreise ihrer Schulfreundin genannt wurde. Nahe dem Flusse, sein harmonisches Rauschen mischte sich mit dem Staunen der Baumwüpfel, stand eine Rosenbank. Ein Kranz lieblich duftender Monatsrosen war, die Bank an drei Seiten umschließend, ihr angepflanzt. Nach dem Flusse zu schloss eine dichte Hecke das Nestchen ab. Vor dieser Bank stand ein junges, weißgekleidetes Mädchen. In wonniger Ekstase streckte sie ihre beiden Arme der blühenden Umwelt entgegen. Sie jubelte im Überschwang ihrer jugendlichen Daseinsfreude das Frühlingslied hinaus in die schweigsame und doch so beredete Natur. Vorsichtig, wie Indianer auf dem Kriegspfade pischten sich die Geschwister heran. Gewand suchten und fanden sie zuletzt noch Deckung hinter dem breit ausladenden, tief herabhängenden Zweigen einer Eiche. Lass uns erst Atem holen, flüsterte Emmerich, dann aber schnell vor wie Zieten aus dem Busch. Gesagt, getan. Im ersten Augenblick schien Margarete erschrocken, schon hob sie das Füßchen, um ihr Heil in der Flucht zu suchen, doch gleich darauf erkannte sie Ilse, Dore und Emmerich. Der schwache Abglanz eines lieblichen Lächelns zitterte über ihr sonst bleiches Gesichtchen, als sie ausrief. Emmerich, du, das nenne ich einen richtigen Überfall. Ist es bei euch Mode, zarte Mägdlein so aus dem Hinterhalt zu erschrecken? Mich allein trifft dein Vorwurf, Grete. Ich nahm Emmerich in Schlepptau, bemerkte Ilse Dore fröhlich lachend. Was du dir einbildest, solche Allotria treiben Studenten nicht mehr. Grete blickte sichtlich überrascht auf. Ah, so darf man dir gratulieren, wie mich das freut. Emmerich verneigte sich geschmeichelt, dabei streichelte er zärtlich die kaum zu sehenden Bartherrchen. Weiß Johannes schon, dass ihr gekommen seid, fragte Grete? Nicht? Der arme Kerl tut mir so leid. Er hatte heute wieder eine stürmische Unterredung mit Vater, setzte sie bekümmert hinzu. Er findet seinen Beruf so hässlich und langweilig. Trotzdem hofft Vater, Johannes sich als Erben und Nachfolger zu erziehen. Die Apotheke sah eine Goldgrube. Wie weise unsere Grete spricht, ich will dir einen Ausweg verraten. Heirate du einen Apotheker, dann wird Johannes frei und darf sich selbst einen Beruf suchen. Dummes Zeug ich, ach Ilse Dore, was für krause Ideen du oft zutage förderst, aber nun will ich gehen, meinen Bruder zuholen. Wie ein weißer, leicht beschwingter Schmetterling flatterte Grete quer durch den Garten. Die Geschwister folgten langsamer. Sie standen gerade an der Haustür, als Johannes wie aus der Pistole geschossen hervorbrach. Lachend und jubelnd lagen sich die beiden Jugendfreunde in den Arm. Ich springe ins Haus, rief Margarete. Dörte soll uns schnell Waffeln mit Erdbeeren und Schlagsahne herrichten. Ilse Dore schlug verstaunend die Hände über dem Kopf zusammen. Potztausend lebt ihr Lukulisch. Wochentags Schlagsahne und Waffeln? Zufall, bei Vater hat sich aus Berlin ein Geschäftsfreund anmelden lassen. Da musste doch zur Ehrung des Gastes etwas zum Nachtisch besorgt werden. Eure Dörte ist ein Backgenie. Na, wir können uns die Opulenz gefallen lassen. Bei uns gibt es keine solchen Delikatessen. Dann ist allen Teilen geholfen. Wir haben den Nachmittag für uns. Vater kehrt erst gegen Abend von der Ausfahrt zurück. Du bist ja sowieso Hausherrin scherzte Ilse Dore. Doch sofort bereute sie das ihren schlüpfte Wort. Als Greti ihr Köpfchen senkte und eine Tränie langsam über die wieder blassen Wangen rollte. Leider Ilse Dore, aber glaube mir, es wird mir oft so schwer Vaters Erwartungen und Wünsche zu erfüllen. Unser liebes seliges Mütterchen hat ihn arg verwöhnt. Ich bin leider noch unerfahren in vielen Dingen, da drücken die Haushaltssorgen oft schwer auf meinen jungen Schultern. Grete schritt viel langsamer als sonst ihre Art war, nach dem Hause zu. Gedankenvoll blickte Ilse Dore ihr nach. Grete war gesund, hübsch und sehr reich. Gleich einem blühenden Garten lag das Leben vor ihr und trotz alledem hatte sie schon früh des Lebens Sorgen und Kummer kennengelernt. Bald darauf saß das vierblättrige Kleeblatt um den Tisch in der Laube. Man langte tapfer zu, sodass Dörte, das alte Hausmädchen der Apothekerfamilie, eine zweite Auflage Waffeln bringen musste. Zwischendurch erzählte Emmerich von dem bestandenen Examen, von seinen Aussichten in Berlin und von der kommenden Studienzeit. Johannes Helldorf saß dicht neben dem Freunde. Er lauschte dessen Worten wie eine heilige Offenbarung. In einem Jahr folgst du mir nach Berlin, Johannes, dann bin ich schon in der Residenz eingerichtet und kann dir als Führer dienen. Freilich wohl, aber bedenke, noch ein volles Jahr muss ich hier leben, nein, vegetieren, Mixturen und Tees abwiegen, all der Kleinkram wirkt geisteslähmend auf mich ein. Jeder Beruf hat seine Schattenseiten und kein Mensch geht ohne Hindernisse glatt durchs Ziel. Ich würde, wie du weißt, auch lieber Geschichte studieren, aber es geht eben nicht und so muss ich mich mit der Tatsache abfinden. Selbst Leo, der Sohn des Kommerzienrats Wehrhaus, darf nicht seinen Neigungen leben. Er würde fürs Leben gern Seemann, sein Vater aber hat ihn, den einzigen Sohn, zu seinem Nachfolger bestimmt. Nun, vielleicht gestalte sich im Laufe der Zeit noch manches anders, tröstete Grete. Dann fuhr sie lebhaft fort, auch bei uns scheinen sich allerlei neue Fäden anzuspinnen. Unser alter Schmettau vertraute mir soeben an, dass unser Vater doch ernstlich mit dem Gedanken sich beschäftige, die Apotheke zum König Salomon zu verkaufen. Heute Vormittag sei schon wieder ein Käufer erschienen, habe auch einen ansehnlichen Preis geboten. Emmerich schlug seinem Kameraden vertraulich auf die Schulter. Na alter Freund, dann blüht dein Weizen, dann heißt es für dich, ade Apotheker ade, ich fahre hinaus in die Welt. An den Verkauf glaube ich erst dann, wenn das Schriftstück unterschrieben und untersiegelt vor mir liegt, bemerkte Johannes geringschätzig. Vater ist doch heute wegen des Verkaufes nach der Stadt gefahren. Er will sich, so sagt Schmettau, mit seinem Freund, dem Landrichter Heidenreich besprechen, meinte Grete. Na also, dann ist die Sache ja klipp und klar. Schade nur, dass ihr dann fortzieht. Emmerich geht wieder nach Berlin, dann sitze ich allein hier und blase Trübsal, klagte Ilse Doro. Na, noch ist nicht aller Tage Abend, am Ende kommst du früher fort als wir, das Leben spielt oft seltsam und Grete, du willst mich trösten, doch ich traue deiner Prophetenstimme nicht. Bedenke, wohin und zu wem soll ich reisen? Ihr kennt ja den Wunsch meines Herzens, wisst aber ebenso gut, dass er unausführbar ist. Meine Eltern sind nicht vermögend und das Studium kostet viel Geld, setzte sie mit leiser Stimme hinzu. Dann strich sie sich mehrere Male über ihre heiß gewordenen Wangen. Aber heute lasst uns fröhlich sein, man darf vor der Zeit nicht Jugendmut siegte. Weshalb sollte man sich mit trüben Gedanken plagen, solange man jung und lebensfroh in die Zukunft blickte. Ehe sie es sich versahen, war über ihrem fröhlichen Geschwätz der Abend hereingebrochen. Schon zitterte im Westen der letzte Strahl der Sonne durch die dicht belaubten Bäume des Gartens. Schon erhob sich der Abendwind und kühlte die Luft, als Ilse Dore lauschend ihr Köpfchen hob. Unwirrkürlich schwiegen alle. Johannes flüsterte hastig, es wird Leo sein, er reitet fast allabendlich hinter unserem Garten nach der Pferdekoppel. Wollen wir ihn anrufen? Gewiss, gewiss entschied Emmerich. Allens erhob er sich und ohne weiter zu fragen schrie er, Leo hierher. Na dann Alon Hans, klang es von jenseits des Stakets und mit einem Sprung setzte der gewandte Reiter über das niedere Holzwerk. Fein, Leo, bist ein tausend Sasser lobte Emmerich, während Johannes im wortlosen Staunen den Reiter betrachtete. Die beiden Mädchen hatten, als der Fuchs über das Hindernis setzte, laut vor Schreck aufgeschrien. Nun Ross und Reiter glücklich auf der Wiese gelandet waren, eilten sie herbei, um Leo die Hände zum Willkommensgruß entgegen zu strecken. Ilse Doris hübsches Gesicht glühte, während Margaretes um einen Schein Blässer erschien. Leo Wehrhaus war ein hübsches, fixes Kerlchen. Fast um eine Kopflänge überragte er den schlanken Emmerich und gar Johannes Helldorf erschien neben der Hühnengestalt klein und unanselig. Hier bindet den Fuchs an den Ast schlug Emmerich vor. Du gern, Junge Wenn. Hier hielt Leo einen Augenblick inne. Wenn es die Damen gestatten, setzte er mit einer eleganten Verneigung gegen Grete hinzu. Die sonst so gesprächige Grete antwortete nur durch ein leichtes Neigen ihres Blondköpfchens. Dann verschwand sie mit den Worten Ich will nur Dörte bestellen. Leise rauschten die Büsche hinter dem jungen Mädchen zusammen. Leo stand wie gebannt und schaute der entfliehenden Gedanken voll nach. Da legte sich eine Hand schwer um seine Schulter und als er sich umwandte schaute er in Emmerichs dunkel gerötetes Gesicht. Willst du nicht Platz nehmen? Johannes Helldorf kennst du doch auch und meine Schwester Ilse Dore? Habe ich nicht vergessen, geldgnädiges Fräulein. Wir beiden waren stets die besten Schläger auf dem Tennis Grund. Ilse Dore nickte, dann fragte sie und ihr Fräulein Schwester Hortense ist sie schon angekommen? Noch nicht, Onkel Alex holt sie von der Pension ab und sie wollen dann erst noch einen Besuch bei Freunden in Wildbad im Schwarzwald abstatten. Elisabeth tut mir leid, sie hat so wenig Kinderfröhlichkeit, immer neben der kranken Mutter, das ist bitter. Denn unsere Mutter ist jetzt völlig gelähmt und dauernd an den Fahrstuhl gefesselt. Elisabeth sollte öfter zu mir kommen, antwortete Ilse Dore voller Mitgefühl. Unter diesem Gespräch hatte man wieder Platz in der Laube genommen. Leo sah sich suchend um. Sein Blick hing wie gebannt am Eingang der Laube. Da glänzte Gretes weißes Kleid durch das Gebüsch und begleitet von Dörte, die einige Schüsseln Grete schien seine Worte nicht zu hören. Mit einer leichten Neigung des Köpfchens bot sie Leo die Kuchen Platte. Nädiges Fräulein sind zu gütig gegen den gewaltsamen Eindringling sagte Leo sich bedient. Eine Weile blieb es still. Dann erhob sich Johannes und sich zu Emmerich wenden sagte er halblaut Ich höre die Glocke der Apothekentür. Mein Amt ruft mich Du übernimmst inzwischen wohl meine Pflichten. Damit ging er. Man lachte und scherzte. Leo erzählte vom Gymnasium. Er verstand es ausgezeichnet seine Lehrer zu veröken und da unter den älteren Herren auf dem Gymnasium ein paar Originale sich befanden so lösten seine komischen Nachahmungen ihrer Gesten und Worte bald helles Gelächter aus. Leos Fuchs schien die Situation gar nicht zu behagen. Er zerrte an dem Zügel und bewegte sich unruhig hin und her. Hans langweilig bemerkte Emmerich sich erhebend. Leo folgte seinem Beispiel. Er trat zu dem Fuchs und strich ihm die Mähne glatt. Kannst es nicht erwarten über die Weide zu jagen? Dann sich an Margarete wendend fuhr er fort. Ich bitte das gnädige Fräulein um gewiss unlieb. Aber ganz und gar nicht erwiderte die Angeredete rasch. Emmerich setzte schnell hinzu zur Belohnung sollst du auf gefahrlosem Weg den Garten verlassen. Das Türchen ist doch unverschlossen wandte er sich an Grete. Diese nickte. Dann bestieg Leo seinen Fuchs, Emmerich nahm ihn am Zügel und geleitete den Gast hinaus. Doch seltsam, als er zurückkehrte, da wollte die frühere Fröhlichkeit sich nicht wieder einstellen. So schieden auch Emmerich und Ilse Dore bald. Drittes Kapitel Maiblum Beim Kommerzienrad Wehrhaus sollte eine musikalische Unterhaltung stattfinden. Als guter Cellospieler war Emmerich dazu eingeladen und man hatte ihn gebeten dafür zu sorgen, dass auch seine Schwester Ilse Dore Johannes und Margarete Helldorf daran teilnahmen. Er hatte es auf sich genommen, die Geschwister einzuladen. Aber er fand es nicht so leicht, wie er es sich vorgestellt hatte. Denn nicht nur Johannes, auch Margarete Helldorf hatten anfangs der Einladung nach dem Schloss allerlei Schwierigkeiten entgegen gebracht. Weshalb wollt ihr die Einladung nicht annehmen? Wehrhaus sind so nette Menschen und besonders die kranke alte Dame ist sehr liebenswürdig. Ich mag den Leo nicht leiden knurrte Johannes. Er fühlt sich so recht als Sohn des reichen Kommerzienrats und schaut herablassend auf das Menschengewürm zu seinen Füßen nieder. Emmerich lachte hell auf. Aber Jungchen, dafür kann er doch nichts. Er ist fast ein Kopf größer als ich und Gadou bist ein Lilliputaner ihm gegenüber. Lerne Leo nur erst kennen, dann wird er dir schon gefallen. Das mit zu gehen. Emmerich war heilfroh, seinen lieben Johannes zur Annahme der Einladung umgestimmt zu haben. Deshalb ließ er das Gespräch fallen und erkundigte sich nach dem Verlauf des Verkaufs der Apotheke. Vater hat mir noch nichts Näheres mitgeteilt, aber aus Schmetters Anspielung schließe ich, dass die Sache ihrem Abschluss entgegen steht. Bleibst du als Lehrling im König Salomon? Ich? Nein, ich bleibe nicht hier. Vaters Herzenswunsch, sich in mir einen Erben und Nachfolger zu erziehen, ist dann doch hinfällig. Nein, ich bleibe nicht und sollte ich bei Nacht und Nebel ausreißen. Margaretes Eintritt unterbrach ihres Bruders Schmerzenserguss. Hastig gab er Emmerich ein Zeichen zu schweigen. Dann fragte er rasch, Na, mein Schwesterlein, was bringst du mir Schönes? Ich sah Emmerich eintreten und dachte, Gessen rief Emmerich sich an den Kopf schlagend. Ich bringe ja eine Bestellung, hier, ein niedliches Liebesbriefchen von meiner Schwester. Hastig fasste Grete danach. Rasch erbrach sie den Umschlag und überflog ebenso schnell den Inhalt. Gut, ich danke dir Emmerich, ich erwarte deine Schwester am Nachmittag. Auch hier Geheimnisse, spottete Emmerich nach der Mütze greifend. Isidore ist auch mit Geheimnissen vollgepfropft. Die Herren der Schöpfung wollen immer alles brühwarm wissen, lachte Grete. Emmerich, du machst ein Gesicht wie acht Tage Regenwetter. Ja, ja, Geheimnisse und Überraschungen müssen sein, sonst. Manchmal schlagen sie daneben aus, aber jetzt lebt wohl, ich will noch einen Besuch in der Villa abstatten. Frau Kommerzienrat Wehrhaus erwartet mich. Na, dazu viel Vergnügen, da stehe ich doch lieber hinter dem Ladentisch. Tut mir eigentlich leid, dass ich dir versprochen habe, die Einladung anzunehmen, aber ein Mann, ein Wort. Gut, und nun adjess, auf frohes Wiedersehen. Emmerich verließ schnellen Schrittes die Apotheke. Auf der Straße schlug ihm die Hitze des glühenden Junitages gleich einer heißen Welle in das Gesicht. Haschenschrittes schwenkte er den Walde zu. Wie wonnig kühl war es hier. Einen Augenblick blieb Emmerich stehen und schaute im Schutz der hohen Laubbäume hinaus in das sonnenüberflutete Land. Es ist noch früh, ich darf eine Weile ruhen, dachte er. Dann zog er ein Buch aus der Tasche und blätterte darin. Bald vertiefte sich Emmerich in den Inhalt. Er kannte es ja fast auswendig, doch ihm erschien es immer wieder neu und lesenswert. Eckermann Gespräche mit Goethe stand in schwarzen Buchstaben auf dem Rücken des Buches. Nichts rührte Emmerich war so vertieft in seine Lektüre, dass er das Näherkommen eines jungen Mädchens nicht merkte. Es war Elisabeth Wehrhaus, die leichten Schritte, den Hut in der Hand, einen schmalen Seitenweg entlang schritt. Fast wäre sie achtlos an dem Lagerplatz Emmerichs vorüber geschritten. Erst als der Lesende ein Blatt umwendete, vernahm sie das raschelnde Geräusch, blieb unwillkürlich stehen und erkannte in dem weltverlorenen Leser den flotten Studenten, Ilse Doris Bruder. Ein neckisches Lächeln zitterte über das Gesicht des jungen Mädchens und einem raschen Impulse folgend nahm sie ein mächtiges Farnkrautwedel, mit dem sie sich Kühlung zugefächelt hatte und warf es gut zielend dem Ahnungslosen auf das Buch. Mehr erstaunt als erschrocken ließ Emmerich das Buch sinken und als er Elisabeth erkannte, Das möchte ich sie auch fragen, erwiderte die angeredete statt eine Antwort. Ich war, ich bin auf dem Weg zu ihrer Mutter, erwiderte Emmerich. Und ich, ich wollte Maiblumen pflücken. Hier in der Nähe stehen noch eine Menge von Muttchens Lieblingsblumen. Sie sprach beim Frühstück den Wunsch aus, einen Maiblumenstrauß zu haben. Nebenbei gesagt, niemand ahnt zu Hause, dass ich ausgekniffen bin. Ich sollte Klavier üben, aber ich hasse die ewigen Übungen. Ich finde sie fade und langweilig, setzte sie nach einer kleinen Pause hinzu. Aber Mama wünscht es? Ach, Mama ist viel zu gut, als dass sie sich etwas wünschen würde. Und ich habe noch so viel Zeit zum Lernen vor mir. Weshalb sollte ich mich da an solch einem Sommertag ins Zimmer sperren lassen fragte sie vor lieblicher noch kindlicher Offenheit zu Emmerich aufschauend. Einen Augenblick schwieg dieser. Er war befangen von der Anmut der kleinen Elisabeth, die er stets nur neben ihrer geistig hervorragenden Schwester gesehen hatte. Da war all der Liebreiz, der sie schmückte, gar nicht so in Erscheinung getreten. Nein, sie haben sehr recht. Einsperren darf man sich nicht lassen. Doch darf ich sie jetzt zu den Maiblumen begleiten? Wenn sie Zeit haben, der Waldweg ist für uns alle frei, erwiderte sie schnell. Und dabei schritt sie auch schon nach dem Seitenweg zurück. Emmerich folgte ihr. Im Stillen musste er über Elisabeths Antwort lächeln. Und doch gefiel sie ihm ausnehmend gut. Da war noch urwüchsige Kindlichkeit gepaart mit lieblicher Anmut zu hören und zu sehen. Er mühte sich, einen passenden Gesprächsstoff zu finden, doch seltsam, in diesem Augenblick fiel ihm gar nichts ein. Elisabeth dagegen plauderte in ihrer herzigen lustigen Art weiter. Dabei neigte sie sich öfter, um hier und dort ein Waldblümchen zu pflücken. Vollein Heine darf mich nicht sehen, wenn ich heimkomme. So ohne Handschuhe und Hut geht keine Dame aus, würde sie sagen. Und ist es nicht viel netter, einmal so ohne allen Zwang hier zu wandeln? Früher, da durfte ich noch frisch und fröhlich herumlaufen, doch jetzt, sagt Fräulein Heine, sei ich ein erwachsenes Mädchen und müsste mich bemühen, wie eine Dame zu handeln. Ist das nicht lachhaft? Entzückt bestätigte Emmerich ihre Frage. Nein, es ist nicht nötig, gekniet. Eifrig pflückten die kleinen, wie Emmerich zu seinem Ergötzen bemerkte, gar nicht wohl gepflegten Hände die lieblich duftenden Glockenblümchen. Eben hielt sie Emmerich einige voller Blüte Blumen entgegen. Riechen sie einmal, wie herrlich sie duften. Vorsichtig, als wären es zerbrechliche Kostbarkeiten, nahm Emmerich die Blümchen aus der braungebrannten Mädchenhand. Er steckte sie, nachdem er den süßen Wohlgeruch eingeatmet hatte, in das Knopfloch seiner Jacke. Eine Weile schwieg Elisabeth. Eifrig brach sie Blume auf Blume und vereinigte sie zu einem Strauße. Dann erhob sie sich. So, ich denke, ich habe nun genug. Morgen kann ich mehr holen, meinte sie. Wenn sie wieder ohne abgefasst zu werden auskneifen können, erwiderte Emmerich lachend. Das würde ihnen wohl Freude machen, fragte sie ihr Köpfchen senkend. Weshalb sollte mir das Freude machen, fragte er zurück. Weil, weil sie ein Pastor werden wollen, platzte sie heraus. Dann aber hielt sie sich wie erschrocken den Mund zu. Bei dieser plötzlichen Bewegung fiel ein Teil der Blumen zu Boden. Ach, wie ungeschickt stammelte Elisabeth sich zur Erde neigend. Emmerich kam ihr »Wie dankbar bin ich ihnen und zum Dank sollen sie noch ein paar der allerschönsten erhalten. Ich verspreche ihnen, diese Blumen zu pflegen und gut aufzubewahren, entgegnete Emmerich. Es sind so einfache Blümchen und hier wachsen sie in Unmenge, stammelte sie. Aber diese haben sie für mich gepflückt. Das erhöht ihren Wert. Einen Augenblick schien Elisabeth der Sinn dieser »Es ist hohe Zeit für mich heimzulaufen.« »Darf ich sie begleiten?« fragte Emmerich. Doch Elisabeth schüttete ihr Köpfchen und lief wie gejagt den Waldweg entlang. Schnell war sie den Blicken des ihr nachschauenden Studenten entschwunden. »Welch ein liebenswertes Mädchen!« dachte Emmerich, als auch er sich auf den Weg machte. Frau Kommerzienrat empfing Emmerich voller Liebenswürdigkeit. Neben ihrem Sitz stand auf einem Ziertisch eine kostbare Vase, gefüllt mit Maiblumen. Also, mein lieber Herr Mellenhoff, es bleibt dabei, Sonntagabend 7 Uhr findet die musikalische Unterhaltung statt. Ihr aufgestelltes Programm findet meinen vollen Beifall. Die Begleitung der Lieder wird Fräulein Anselma Heine übernehmen. Es ist dies die Erzieherin meiner jüngsten Tochter, die sich noch gar nicht an gesellschaftliche Formen binden lassen will. Und das ist doch so notwendig, da meine beiden Töchter nächstes Jahr in die Gesellschaft eingeführt werden sollen. Noch jetzt auf dem Heimweg musste Emmerich an diese Worte denken. Kleine Elisabeth hatte noch eine Menge zu lernen und zu vergessen, ehe sie mit allem Pomp in die große Welt eingeführt werden konnte. Viertes Kapitel Johannes Flucht Mit Konzert in der Villa Werhas verlaufen. Mitwirkende und Zuhörer waren höflichst befriedigt gewesen. Der Kreis der Zuhörer hatte sich noch bedeutend erweitert, da der Herr Kommerzienrat nicht nur die Eltern der jungen Künstler, sondern auch verschiedene Angestellte seines industriellen Unternehmens zu Gaste gebeten hatte. Noch ehe das Konzert begann, als man aber schon in dem künstlerisch eingerichteten Musiksaal der Villa versammelt war, hatte Johannes Heldorf Gelegenheit gefunden, Emmerich ein paar nicht für andere Ohren bestimmte Worte zuzurauen. Vater hat verpachtet, ich bereite meine Flucht vor. Als Emmerich erstaunt aufblickte, da war Johannes Gestalt schon im Gewühl der umstehenden Gäste verschwunden. Auch gelang es Emmerich den ganzen Abend nicht wieder den Freund zu erblicken. Er schien verschwunden. Freilich war Emmerich auch nicht allzu eifrig auf der Suche nach dem Johannes gewesen. Er fühlte sich gar zu sehr von der Erscheinung der lieblichen Elisabeth angezogen, die, nach seiner Ansicht, heute in ihrem schlichten Batistkleidchen am allerbesten aussah. Jede einzelne Nummer des Hauskonzertes wurde mit laupem Applaus ausgezeichnet. Auch Ilse Dore und Margarete hatten mit der geplanten Überraschung viel Beifall geerntet. Sie hatten ganz im Geheimen einige Duette einstudiert und sich mit Fräulein Heine, der Begleiterin am Flügel in Verbindung gesetzt. Alles gelang über Erwartung, sodass gerade diese Duette als Glanzpunkt des Abends gefeiert wurden. Leo besonders war hoch entzückt. Mit fast weltmännischer Gewandtheit verstand er es, den beiden Sängerinnen zu huldigen. Nach dem Konzert saß man noch längere war so mild und lieblich, dass selbst Vater Mellenhoff bis zum Schluss aushielt. Allseitig befriedigt kehrte man heim. Leo hatte es sich nicht nehmen lassen. Er begleitete Isidore, um ihr noch viel Schmeichelhaftes über ihren Gesang zu sagen. Das junge Mädchen strahlte voller Befriedigung. War es doch das erste Mal, dass sie als Sängerin gefeiert wurde. Als sie die schmale Holztreppe hatte sie nur ihn, Leo, gesehen. Nur ihr hatte seinen Beifall gegolten, wie sie zu ihrer unaussprechlichen Genugtuung fühlte. Das Leben ist doch recht schön, musste sie denken, als sie dann am weit offenen Fenster lehnte und hinaus in den mondbeleuchteten Garten schaute. In ihrer Seele regte sich erneut der Wunsch, recht viel zu lernen, aus der Enge dieses Lebens hinauszutreten, um Großes zu leisten. Doch dieses Wunder würde wohl niemals kommen. Da, ein rascher Schritt auf der Holztreppe, riss sie aus ihrem Nachdenken. Ilse Dore, gut, dass du noch wach bist, sagte Emmerich, der in der geöffneten Tür stand. Wie siehst du aus, Emmerich, was ist geschehen, rief Ilse Dore erschrocken und aus all ihren Himmeln gestürzt. Ein Unglück, Johannes ist fort. Wohin? fragte Ilse Dore. Wohin? Niemand weiß wohin. Doch höre, ich begleitete Heldorfs nach Hause. Da, als ich mich eben von Grete verabschieden will, ihr Vater war sofort ins Haus gegangen, hörten wir einen gellenden Schrei. Wir fliegen die Stufen hinauf, aus dem Wohnzimmer blinkt Licht, die Tür war nur angelehnt, Grete reißt sie auf, da steht ihr Vater, Kreide bleich im Gesicht, am Mitteltisch und hält ein Briefblatt in der Hand. Emmerich hatte die Worte wild herausgestoßen, nun hielt er atemschöpfend inne. Weiter drängte Ilse Dore, was weiter? Es waren nur wenige Worte, die auf dem Blatte standen. Vater, ich verlasse dein Haus, ich kann deinen Willen nicht erfüllen, ich gehe und suche mein Glück draußen bei fremden Menschen, suche mich nicht, du würdest mich nur in den Tod treiben, Johannes. Kein Wort, kein Gruß mehr, fragte Ilse Dore. Nichts, nichts, stöhnte Emmerich. Nur Grete erzählte mir, dass vor dem Konzert eine Szene zwischen ihrem Vater und Johannes stattgefunden hätte. Auf ihre Frage danach hatte ihr Bruder nur die Achseln gezuckt und leichthin gesagt, nichts für kleine Mädchen. Was sagt sie, fragte Ilse Dore. Sie ist außer sich, die alte Dörte führte die Weinende in ihr Zimmer. Und der Apotheker? Ihn hat es böse gefasst, er saß noch am Tisch, als ich fortging und stierte den Brief an. Schmettau ist bei ihm, ich musste nach Hause. Der arme Johannes brach Ilse Dore los, der arme gute Junge, wohin mag er sich Nachricht, jetzt heißt es abwarten. Emmerich reichte seiner Schwester die Hand. Diese erschrak, die Hand war kalt wie Eis. Gute Nacht, Schwesterlein. Erst spät, als im Garten schon die Sonne ihre ersten Strahlen auf die Erde sandte, schlief Ilse Dore ein. Fünftes Kapitel Tante Mietzes Brief Mehrere Tage waren seit Johannes Flucht vergangen. Emmerich hatte vergeblich auf ein Lebenszeichen des Jugendfreundes gewartet. Spurlos war er verschwunden. Apotheker Helldorf erschien um Jahre gealtert. Er betrieb voller Hass die Auflösung seines Haushaltes, um dann mit seiner Tochter nach Süddeutschland, der Ort seines neuen Wohnsitzes stand noch nicht fest, zu reisen. Margarete und Ilse Dore waren viel zusammen. Ja, auch Elisabeth erschien in Begleitung ihres Bruders in der Apotheke. Johannes Flucht war nicht mehr der einzige Gesprächsstoff der jungen Leute, sondern jetzt stand die Trennung von Margarete im Vordergrund des Gespräches. Ilse Dore war tief betrübt. Der Abschied von Grete wurde ihr unendlich schwer. Zwar bieb ihr noch Elisabeth, doch erstens war sie fast zwei Jahre jünger als Ilse Dore und dann war ein so ungezwungener Verkehr wie zwischen Ilse Dore und Grete niemals mit Elisabeth möglich. Durch ihre ganze Erziehung, die noch nicht vollendet war und die Lebensanschauung der Eltern, Pater Mellenhoff war ein Beamter des Kommerzienrates, wurde eine allzu innige Freundschaft nicht gefördert. Emmerich dachte an seine Abreise. Er wünschte noch vor Anfang des Wintersemesters in Berlin einzutreffen, um sich im Hause seines Onkels und in der großen Stadt erst etwas heimisch zu machen, ehe er an sein Studium denken wollte. Auch Leo verließ auf Wochen die kleine Stadt. Sein Vater hatte ihm zur Belohnung seiner Fügsamkeit und seines guten Exams eine Fahrkarte für einen Dampfer geschenkt, der von Hamburg aus seine Reise nach dem Nordkap in wenigen Tagen antrat. Dann blieb Ilse Dore völlig vereinsamt zurück. In der Stadt selbst hatte sie niemals Verkehr gehabt. Es gab dort auch keine Familie, mit der sich Ilse Dore eine nähere Bekanntschaft wünschte. Eines Vormittags saß Ilse Dore auf der kleinen Bank vor der Haustür. Sie schnippelte grüne Bohnen zum Einmachen für den kommenden Winter ein. Grüß Gott Fräulein, mit diesen Worten betrat der alte Postbote den Garten. Ein Briefchen an den Herrn Papa. Ilse Dore blickte gleichmütig dem Mann entgegen. Sie ließ sich in ihrer Arbeit nicht stören. Legen Sie den Brief nur jeher, sagte sie nachlässig. Vater muss bald kommen. Der Postbote tat dies und empfahl sich darauf. Ilse Dore schnippelte ruhig weiter. Kein Blick traf das Schreiben. Auch als dann bald ihr Vater in den Garten trat, begrüßte sie ihn mit einem zärtlichen Kusse und erst dann übergab sie ihm den Brief. Tante Mieze scheint dieses Mal sehr schreibselig gewesen zu sein. Solche dicken Briefe lässt sie selten vom Stapel bemerkte er. Dann nahm er Platz am Tische und schnitt bedächtigt den Briefumschlag auf. Er las und sein Gesicht überzog dabei ein leises Lächeln. Die Mieze bleibt halt die Alte sagte er ohne sich im Lesen zu unterbrechen. Dann aber stutzte er und flüsterte mhm mhm Der Inhalt des Briefes schien ihn doch mehr zu interessieren als er vorher gedacht hatte. Endlich faltete er den Brief zusammen und steckte ihn in seine Brusttasche. Wollen erst essen sagte er zu Isidoro gewendet. Was schreibt denn die Tante fragte sie neugierig geworden? Wirst es gleich erfahren. Jetzt Ruhe. Muttchen kommt. Wo bleibt Emmerich? Man hörte ein Gepolter auf der Holztreppe. Dann erschien der Sohn des Hauses. Die Mutter folgte ihm auf den Fuße und bald war man eifrig beschäftigt sich an dem vortrefflich zubereiteten Bohnengemüse mit Rindfleisch zu laben. Endlich legte Vater Messer und Gabel aus der Hand. Er wendete sich an seine Gattin. Hier Betty ein Brief von meiner Schwester. Es ist eine Frauensache. Ich muss sofort nach dem Kontor. Erwarte nämlich einen telefonischen Bescheid aus Hamburg. Er erhob sich, grüßte seine Familie und hastete dann auf dem Wege zur Fabrik davon. Frau Mellenhoff betrachtete den Brief von allen Seiten. Sie schwärmte nicht für ihre altmodisch denkende und lebende Schwägerin. Doch kaum hatte sie ein paar Zeilen gelesen, als sie wie elektrisiert aufsprang. Ilse Dore höre, was Tante Mietze schreibt. Nein, so etwas. Die alte Dame denkt auf einmal ganz modern. Bei der Anrede hatte sich Ilse Dore flux erhoben. Sie trat hinter den Stuhl ihrer Mutter und mühte sich, die zittrigen Schriftzüge der Tante zu enträtseln. Hier ließ lieber vor, meinte die Mutter und Ilse Dore las. Mein lieber Bruder, ich hoffe, dass du und die Deinen bei guter Gesundheit seid. Mir geht es auch ganz gut, nur das Alter macht sich bemerkbar. Heute ergreife ich nun die Feder, um dir etwas ganz Neues mitzuteilen. Denke nur, in Wegstädt ist soeben ein Seminar für junge Mädchen eröffnet worden. Ja, ja, unser Bürgermeister versteht es, mit der neuen Zeit mitzugehen. Und da, da musste ich auch gleich an deine Ilse Dore denken. Betty schrieb mir ja letztend, dass dein Kind Lust habe, ein Seminar zu besuchen. Dass er bei euch noch immer schmal Hans regiert und der Emmerich so unmenschlich viel Geld kostet. Ich machte mich gleich auf den Weg zum Herrn Bürgermeister. Du kennst den neuen Herrn Bürgermeister nicht. Er ist ein hübscher, leutseliger Mann, der auch anderen Menschen etwas Gutes gönnt. Ihm trug ich meine Bitte vor, Ilse Dore als Schülerin im Seminar aufzunehmen. Da überreicht er mir beiliegendes Heftchen, das ich pflichtschuldig schicke. Lies es durch und lasse mich dann deinen Willen hören. Bei mir kann Dorchen umsonst wohnen und essen. Na, ihr werdet gewiss auch einmal im Päckchen Esswaren schicken. Das Schulgeld scheint mir nicht teuer zu sein. Für die Hälfte des Geldes könnte ich schon einspringen. Mehr lassen meine Verhältnisse nicht zu. Aber ihr müsst euch bald entschließen, denn die neue Anstalt soll sehr fein sein. Es kommen schon, wie mir der Herr Bürgermeister sagte, aus Lebe wohl, viele Grüße und antworte mir bald ist, deine alte Schwester Mieze. Heureka Schwester Ilse, nun ist es erreicht, rief Emmerich erfreut. Wie ein Siegeszeichen schwenkte Ilse Dore das Briefblatt. Dann, im Überschwang ihrer Freude, fiel sie ihrer Mutter um den Hals. Ach Mutting, Mutting, die liebe Tante, die gute Tante, jauchzte sie hell durch den Raum. Fasse gar nicht fassen. Wird Vater noch heute Tantes Brief beantworten? Gewiss Kind, Tante schreibt ja ist alt. Weißt du Mutting, ich möchte gleich die ganze Welt umarmen, flüsterte Ilse Dore heiser vor Aufregung. Sechstes Kapitel in Wengstädt Vater Mellenhoff in eigener Person begleitete sein Töchterchen nach Wengstädt. Noch niemals hatte das junge Mädchen solch weite Reise unternommen. Sie saß, tief in ihre Ecke gedrückt und war zuerst viel zu betrübt, hinaus zu schauen und die oft malerische Landschaft zu bewundern, die sich plötzlich aufbaute, um aber ebenso schnell wieder zu verschwinden. Man hatte ein ziemliches Stück Mitteldeutland zu durchfahren, ehe man am Ziel der Fahrt anlangte. Zuletzt, als die dunkel bewaldeten Berge des Thüringer Waldes vor ihren Blicken auftauchten, verschwand Ilse Doros Kummer, ihr Trennungsschmerz verflog, sie bewunderte die Schönheit der Landschaft aus voller Seele. Tante Mieze hatte fest versprochen, die Weitgereisten vom Bahnhof abholen zu lassen, denn hier in Wenkstedt war alles so verändert und neu, dass selbst Herr Mellenhoff, der hier geboren war, sich nicht mehr zurechtfinden konnte. Der Anblick des Bahnhofs war nicht besonders einnehmend. Ein altes Gebäude lag zwischen den Feldern vor der Stadt. Im Sonnenbrand, es war bald Mittagszeit, wanderten Vater und Tochter der Stadt zu. Hier hat sich nichts verändert, sprach Vater Mellenhoff zu dem alten Mann, der auf einer Schubkarre Ilse Doros Koffer fuhr. Heiß ist es hier, setzte er, den Hut abnehmend und sich die Stirn trocknend hinzu. Jojo, heß ist es schon bei uns, erwiderte der Alte, seine Pfeife von einem Mundwinkel in den anderen schiebend. Bald war das Städtchen erreicht und Ilse Doros bewunderte das massive Steintor, durch das sie ihren Einzug nehmen mussten. Tante Mieze stand auf der obersten Treppenstufe vor der Haustür des alten Familienbesitzes. Viele Generationen waren die drei Steinstufen hinaufgestiegen und hatten dann auf den Schultern der Altgesellen den letzten Weg, den niemand entgehen kann, angetreten. Sämtliche Vorfahren hatten das ehrsame Bäckerhandwerk betrieben und sich dabei gut gestanden. Nun war Tante Mieze die alleinige Besitzerin des schmalen hochgiebligen Hauses auf dem Marktplatz. Schon sprang sie so leichtfüßig, als sie Alter und ihr Bruder Kreis ihr erlaubten, die Steinstufen herab. Mit weithin schallenden Willkommensrufen begrüßte sie Bruder und Nichte. Was bist du groß geworden, Ilse-Dore bemerkte sie, nachdem sie das widerstandslose junge Mädchen an ihren Busen gedrückt und abgeküsst hatte. Ich hätte dich gar nicht wiedererkannt, so schlank wie eine Tanne bist du gewachsen. Ilse-Dore, die an solch laute und überschwängliche Gefühlsäußerung nicht gewöhnt war, machte ein klägliches Gesicht. Endlich ließ Tante Mieze von ihr ab, reichte ihre beiden Hände dem Bruder und geleitete dann ihre lieben Verwandten mit strahlender Miene in das Haus. Da standen hohe Schränke auf dem mit Steinquadern belegten Hausflur, auf den eine ganze Anzahl von Türen mündeten. Was musste alles dahinter stecken? Wohin führten sie? Tante Mieze legte ihren Arm um die Teige ihrer Nichte und buxierte sie mit einem kräftigen Druck in das offenstehende Zimmer, auf dessen hoher Holzschwelle Fleck, wo es vor alten Zeiten gestanden hat. Ich fühle mich sofort wieder zu Hause und habe doch 25 Jahre keinen Fuß nach Wenkstedt gesetzt. Ja, Brüderlein, bei mir bleibt alles so stehen wie bei den Eltern selig. Neuerungen liebe ich nicht. Ich halte fest an den lieben alten Sitten und Gebräuchen und dabei fühle ich mich wohl und zufrieden. Das sogenannte Unterzimmer war ein ziemlich großer Raum. Nachgedunkelte, altertümliche Eichenmöbel, wohl noch von den Urvätern aufgestellt, standen an den Wänden. Blendend weiße Gardinen hingen an den beiden nach dem Markt zugelegenen Fenstern. Köstlich blühende Blumen standen auf den Fensterbänken und ein großer Bauer, aus dem Vogelgezwitscher die Eintretenden begrüßte, hing an der Mittelwand. Auf der einen Breitseite stand das Riesensofa. Davor der mit einem blendend weißen Tafeltuch belegte Esstisch, auf dem einige appetitreizende Erfrischungen aufgetragen waren. Die alte Mieze bemerkte Vater Mellenhoff, hast mal wieder deine Vorratskammer tüchtig geplündert. Die alte Dame lächelte sichtlich geschmeichelt. Na, man tut, was man kann. Freilich, so fein wird nicht alle Tage aufgetischt. Heute aber ist ein großer Feiertag. Solche seltenen Gäste muss man feiern, rief Tante Mieze sich an ihr vermochte nur ein paar Bissen hinab zu würgen. Sie hatte gar zu viel Neues gesehen, denn Tantes Zimmer war voll gepropft mit allerlei lieben Hausgerät aus lang vergangenen Zeiten. Ist Kind, ermahnte Tante Mieze, dann bringe ich dich in dein kleines Reich. Ich habe deines Vaters Stübchen für dich herrichten lassen. Morgen Vormittag gehen wir zum Bürgermeisteramt und sehen uns dann gleich Zeit, dass ihr eintrafet. Schon übermorgen ist Aufnahmeprüfung. Du hast doch keine Furcht, Ilse Dore? Der neue Herr Direktor Fischmeier soll ein sehr liebenswürdiger Herr sein und auch ein sehr gerechter Mann setzte sie hinzu. Vater Mellenhoff strich seinem Töchterlein liebevoll über die Krauslöckchen, die ihre schön geformte Stirn um kräuselten. Mein Mädel kennt keine einen Blick väterlichen Stolzes auf sein Töchterlein werfend hinzu. Bescheiden senkte Ilse Dore ihr Köpfchen. Ein liebliches Erröten ihrer Wangen verschönte sie. Noch niemals hatte der sonst so schwer zu befriedigende Vater sie so anstandslos gelobt. Nun umso besser. Ich schickte euch den Aufnahmeplan ein. Da blieb Ilse Dore Zeit, die betreffenden Fächer zu repetieren. Gerade fremde Sprachen waren meiner Tochter Lieblingsfächer, dazu Geschichte und Geografie. Wir sind im Winter viel herumgereist und haben ein schönes Stück Erde dabei kennengelernt. Viel gereist? Ich dachte, du hättest weder Zeit noch Geld zu solch kostspieligen Vergnügen, bemerkte Tante Mietze etwas spitz. Ihr Bruder lachte hell auf und auch um Ilse Dores Lippen spielte ein leises Lächeln. Wir reisten sehr billig, erklärte dein Vater Mellenhoff, nur auf der Landkarte, anhand eines geografischen Werkes. Ach so, ich dachte schon. Ich hätte Größenwahn, gib es nur zu, Schwesterlein, ich lese ja deine Gedanken, wie vor lange vergangener Zeit von deinem Gesicht ab. Tante Mietze erhob sich. Wollen wir nicht in den Garten gehen? Du erinnerst dich doch noch an die Rosenlaube wendete sie sich fragend an ihren Bruder. Vater Mellenhoff reichte seiner Schwester galant den Arm und führte sie aus dem Zimmer. Tante öffnete eine der geheimnisvollen Türen und Ilse Dore schaute hinaus in einen sonnenbeschienenen Garten. Sie staunte und ihr Fuß stockte einen Augenblick. Solch ein Garten hatte sie noch niemals gesehen. Er war nicht groß, nur ein kleiner schmaler Hausgarten, doch so ganz anders als alles, was sie bisher kennengelernt hatte. Wohl kannte sie Apothekers Garten mit feinen Wegen und Stegen. Auch die Pracht und Schönheit der gärtnerischen Anlagen bei Kommerzienrats hatte sie bewundert, aber selbst der Garten hinter ihrem Elternhause als dieser eben jetzt vom Sonnengold überstrahlte kleine Blumengarten. Hier gab es keine Gemüsebeete wie in anderen Hausgärten, keine Nutzpflanzen, sondern nur eine Wildnis von blühenden duftenden Blumen und am Ende des mitten durch die blühende wildnis gehenden Weges stand eine Rosenlaube. Sie wirkte wie ein Zauber auf Ilse Dore. Über und über war sie mit kleinen zierlichen weißen Röschen bedeckt, deren aromatischer Duft die Luft durchströmte. Unwillkürlich faltete Ilse Dore die Hände. Sie blieb wie angewurzelt stehen. Nun willst du nicht näher treten? Hier lässt es sich gut ruhen. Hier stört kein Geräusch die stille Beschaulichkeit. So recht ein Winkel zum eifrigen Studium fügte Mellenhoff hinzu. Ja Vater hier ist gut sein und bleiben fiel Tante Mieze schnell ein. Sie zog Ilse Dore näher zu sich heran und der aufmerksam alles mit liebevollen Blicken betrachtete. Seine Sorge um das Wohl seines Kindes schwand, denn im Grunde seiner Seele hatte ihn vor dem ersten Zusammensein von Tante und Nichte gebankt. Auf der Reise hierher hatte er sich bemüht, sich ein Bild seiner Schwester zu machen, der alten Frau, die seit mehr als 20 Jahren ganz alleine lebte, nachdem sie ihren Vater durch einen Unglücksfall verloren hatten. Außer ihrem Bruder besaß sie keine Anverwandten. Sie war auch nicht mit der Neuzeit mitgegangen, sondern hatte sich in ihr stilles Alltagsleben eingesponnen. Und Ilse Dore? Sie stammte aus einem anderen Zeitalter, war im Verkehr mit ebenso jungen Menschen aufgewachsen, da hatten sich ganz andere Lebensanschauungen bei ihr ausgebildet. Die Kluft war zu weit, zu groß, die zwischen diesen beiden ihm fast gleich lieben Menschen sich auftat. Würde, ja konnte die alte Dame sich die Mühe geben, sich in das Innenleben der Nichte hinein zu versetzen? Jetzt aber schwand jede Bangnis des zärtlichen Vaters. Er fühlte, sein Kind war hier in Wenkstedt im Hause Tante Mietzes wohl aufgehoben. Ein heller Schein leuchtete aus seinen Augen und einem plötzlichen Siebentes Kapitel im Neuen Heim Der Besuch auf dem Bürgermeisteramt war ganz nach Wunsch ausgefallen. Ja, der gestrenge Herr Bürgermeister schien gefallen an dem frischen aufgeweckten Wesen und der Art Ilse Doris gefunden zu haben. Er unterhielt sich auf das freundlichste mit ihr, fragte eingehend nach dem Gang ihrer Studien und nickte dabei mehrere Male zustimmend mit dem Kopf, wenn ihm eine Antwort Ilse Doris besonders gut gefiel. Zuletzt reichte er ihr seine beiden Hände und sagte Ich freue mich ihre Bekanntschaft gemacht zu haben und hoffe sie morgen nach der Prüfung als Schülerin unserer Anstalt begrüßen zu dürfen. Ich wünschte noch einige junge Mädchen von ihrer Art in unserer Anstalt ihre Erziehung vollenden zu sehen. Die zwei Jahre ihres Aufenthaltes bei uns werden schnell verlaufen. Dann nach dem Abgangsexamen hoffe ich ihnen eine ihren Kenntnissen angemessene Stellung in einem guten Hause anbieten zu können. Ilse Dore verneigte sich dankend. Damit war die Audienz zu Ende. Am Arme ihres Vaters durchstreifte nun Ilse Dore die nächste Umgebung des Städtchens. Bengstedt lag zwischen Bergen eingebettet. Ja, das Städtchen selbst schmiegte sich an einen alleinstehenden Bergkegel, den erwarmen und der Weg führte ziemlich steil hinauf. Schaue dich jetzt nicht um, bemerkte Vater Mellenhoff. Gehorsam blickte Ilse Dore stetig vor sich. Dieser Berg heißt der Schlossberg. Vor undenklichen Jahren soll hier ein stolzes Schloss gestanden haben. Vom Schlosse selbst ist kein Stein mehr vorhanden. Ein Blitzstrahl zerstörte nach der Chronik seine Mauern. Das ritterliche Geschlecht ist verschollen, vielleicht ausgestorben, erklärte der Vater und Ilse Dore lauschte eifrig seinen Worten. Langsam schlängelte sich der Weg zur Höhe. So, jetzt schaue dich um. Vater, wie schön, wie herrlich ist diese Aussicht. Zum Greifen nahe liegt die Stadt und dort drüben, dort windet sich ein Fluss durch die Felder. Noch niemals stand ich so hoch, dem Himmel so fühlte sich von ihrer jugendfrischen Lebenslust angesteckt. Komm, lass uns hier niedersetzen. Irgendjemand hatte eine Bank, die nur aus unbehauenem Lattenwerk bestand, hier oben aufgerichtet. Vater und Tochter ließen sich darauf nieder. Ilse Dore schmiegte sich eng an ihren Vater. Morgen um diese Zeit bin ich schon weit von dir entfernt, begann Vater Mellenhoff nach einer Pause des Schweigens. Ich will die letzten Stunden auch nicht dazu benutzen, um dir gute Lehren für dein neues Leben zu geben. Morgen Vormittag findet das Examen statt. Ich bin gewiss, du wirst es gut bestehen, denn ich kann, wie niemand außer mir, deine Kenntnisse in den verschiedensten Fächern beurteilen. Ich weiß, du hast deine Schulzeit gut ausgenutzt. Nur eins möchte ich dir ans Herz legen. Denke bei allem, was durch ihr stilles, mehr in der Vergangenheit wurzendes Leben, ist sie nicht imstande, dir in allen Lebenslagen eine treue Beraterin zu sein und zu werden. Du bist von heute an auf dich selbst gestellt. Das schließt eine große Freiheit des Handelns ein, aber sie enthält auch eine große Verantwortlichkeit. Tante Mietze ist unter ganz anderen Verhältnissen groß geworden. Diese alte Zeit aber ist tot, verschwunden in dem hellen Lichtschein der neuen Zeit. Vater Mellenhoff blickte schweigend vor sich hin, dann fuhr er lebhaft fort, das Haustöchterchen mit der stillen Arbeit im Elternhause gibt es heute nicht mehr. Du selbst hast ja auch den Drang, einen Beruf auszufüllen empfunden. Nicht mehr die engen Mauern des Elternhauses umschließen die Welt des jungen Mädchen. Es tritt hinaus in das öffentliche Leben. Dort weht ein damit der böse Sturm dort draußen nicht gar zu viele mit Liebe gehegte und gepflegte Zweiglein abreißt. Ich hoffe, Isedore, du verstehst mich. Bleibe vor allem treu den Ermahnungen, mit denen Mutter und ich dich großgezogen haben. Pflichtgetreu sein und fleißig die Hände regen. Das soll dein Wahlspruch für die kommenden Lehrjahre sein. Und zeigt sich das Leben nicht immer so, wie du es dir gedacht hast, dann schließe deine Lippen fest, ganz fest zusammen, damit ihnen kein unüberlegtes Wort, kein Klagen und Jammern entschlüpft, sondern schaue hellen Auges vor dich und fasse den Entschluss, alles ungemacht zu besiegen. Dann wirst du aus allen Kämpfen, die keine Menschen auf dieser Welt erspart bleiben, als Siegerin hervorgehen. Vater Mellenhoff schwieg. Beide Arme legte er um die zarte Gestalt seiner Tochter und küsste sie voll väterlicher Liebe auf Mund und Augen. Achtes Kapitel Das Examen Die Aufnahmeprüfung war vorüber. Sie hatte mehr Zeit in Anspruch genommen, als man vorher berechnet hatte. Ilse Dore hatte ausgezeichnet abgeschnitten. Sie hatte reiches Lob geerntet. Selbst der etwas kühle Herr Direktor hatte ihr zum Schluss die Hand gereicht. Fahren Sie auf diese Art fort, hatte er aufmunternd gesagt, dann wird der Erfolg nicht ausbleiben. Am Fuße der Freitreppe vor dem Gebäude stand Vater Mellenhof sein Töchterlein erwartend. War es schön, fragte er lebhaft. Ach Väterchen, es war wunderschön, ich bin zu glücklich, endlich stehe ich am Ziele meines Strebens, erwiderte Ilse Dore Freude strahlend. Gemach mein Töchterchen, du stehst erst am Anfang deiner Laufbahn, in zwei Jahren wirst du hoffentlich dein Ziel erreichen. Doch jetzt komm nach Hause, denn Tante Mietze sitzt in Angst und Bange. Als ich vorhin mal in die Unterstube hinein sah, pendelte sie zwischen Fenster und Küche hin und her. Sie scheint uns heute mithilfe ihrer alten Sophie ein lukullisches Mal aufzutischen. Alles um ihr Nichtchen zu ehren. Tante Mietze ist herzensgut weif Ilse Dore ein. Gewiss, aber sie hat auch ihre schrullen und scharfen Ecken. Wirst sie schon noch kennenlernen. Wir nannten sie als Kinder nicht umsonst Mietze. Manchmal zeigt sie ihre Katzenfötchen, doch sie trägt nichts nach. Rasch Verschiedene gefielen mir recht gut, besonders ein junges Mädchen in meinem Alter, Josepha Hillinger, fand ich auf den ersten Blick liebenswürdig. Ilse Dore, Kind, diesen Namen nenne niemals vor Tante Mietze. Sie lebt mit aller Welt in Freundschaft, nur die Hillingers sind ihr bis in den Tod verhasst. Und weshalb forschte Ilse Dore? Ja, Kind, das ist eine alte, lange Familien Geschichte. Heute Nachmittag, wenn du mich zur Bahn begleitest, da will ich versuchen, dir mit kurzen Worten die Geschichte dieses Hasses zu erklären. Du machst mich neugierig, Vater, also auch hier in diesem stillen Winkel Leben nachkommen der Familien Montago und Capulet, bemerkte Ilse Dore lächelnd. Ja, und auch Romeo fehlt nicht. Doch die Geschichte ist ernst, hat viel Staub seiner Zeit aufgewirbelt. Doch da sind wir angelangt. Mache nicht ein solch ernstes Gesicht, sonst denk Tante, du wärst durchgefallen. Ilse Dore lachte hell auf und winkte mit beiden Händen der im offenen Fenster stehenden alten Dame zu. Es war am Abend des selben Tages. Ilse Dore hatte ihren Vater zur Bahn begleitet. Nun war sie allein, zum ersten Mal in ihrem Leben allein, ohne die schützende Nähe und Fürsorge ihrer Eltern. Ilse Dore ließ noch einmal die Erlebnisse des Tages in Gedanken an sich vorbeigleiten. Erst der Vormittag mit der Aufnahmeprüfung, der Eintritt in eine fremde Welt, dann der Weg zum Bahnhof erzählt hatte. Sie hätte es Tante Mieze niemals zugetraut, dass sie so zärtlich geliebt hatte und dass später diese große Liebe in unauslöschlichen Hass umschlagen konnte. Auch das Bild Josepha Hillingers erstand in Ilse Doris Gedanken Welt. Seltsam, dass gerade dieses blonde junge Mädchen ihren Blick auf sich gezogen hatte. Ilse Dore grübelte lange Zeit, dann schloss sie das Fenster und legte sich zur Ruhe nieder. Mit dem Gedanken an die lieben fernen Eltern schmiegte sie ihr Köpfchen in die Molligen mit blendend weißen Bezügen versehenen Betten und war bald entschlummert. Der Unterricht hatte begonnen. Isedore war ihrem Alter und ihren Fähigkeiten nach in die zweite Klasse des Seminars eingereiht worden. Die erste Klasse war ziemlich schwach besetzt, da dort nur Schülerinnen, die bisher andere Seminare besucht hatten, aufgenommen waren. Die zweite Klasse war so überfüllt, dass man noch zwei Parallelklassen einrichten musste. In die dritte Klasse wurden nur Mädchen jüngeren Alters aufgenommen. Es waren meistens nur Tagesschülerinnen, die, ohne sich zur Lehrerin ausbilden zu wollen, gern eine Art Oberlyzeum besuchten, da in Wenkstedt solch eine höhere Bildungsanstalt bisher gefehlt hatte. Klasse 2a war ein ziemlich großes Zimmer, in dem ca. Schülerinnen untergebracht waren. Man saß nicht auf Schulbänken, sondern an Tischen zu je sechs bis acht Mädchen. Ein eigenartiger Zufall, wie er im Leben oft eine große Rolle spielt, hatte es mit sich gebracht, dass Ilse Doris Nachbarin ausgerechnet Josepha Hillinger geworden war. Und zwar war Josepha zur Prima der Klasse ernannt, während Ilse Dore als zweite und Stellvertreterin der Prima fungierte. Mit besonderer Aufmerksamkeit musterte Ilse Dore ihre Nachbarin. Schon gestern bei der Aufnahme hatte Josepha ihr am besten gefallen und nun heute gar am ersten Schultage erhöhte sich noch dieses Wohlgefallen. Nur über ein eigenartiges Gefühl von Schüchternheit konnte Ilse Dore nicht hinwegkommen. Immer wieder musste sie an der Erzählung ihres Vaters von dem Zwist der beiden Familien denken. Ob Josepha auch davon Kenntnis besaß? Sie benahm sich völlig unbeeinflusst von irgendwelchen feindlichen Strömungen. Josepha hatte ziemlich viele Obliegenheiten als Prima am ersten Tage zu erfüllen. So kam kein Privatgespräch zwischen den Nachbarinnen zustande. Darf ich ihnen helfen? fragte Ilse Dore nach einer Weile. Diese Namensliste könnte ich abschreiben. Wenn sie so freundlich sein wollten, es lastet ein bisschen viel Arbeit auf mir und ich muss mich erst in mein neues Amt einleben. Mit diesen Worten war das Eis gebrochen. Ilse Dore verlor ihre Schüchternheit und half Josepha bei ihren Arbeiten für die Klasse. Ein eigentlicher Unterricht fand am heutigen Tage nicht statt. Nur der Klassenlehrer Herr Dr. Viehweg stellte sich seinen Schülerinnen vor. Ein nicht gar zu junger Rundgläser mit dunkler Horneinfassung, wodurch sein ganzes Gesicht eine Prägung von Ernst und Schärfe erhielt. Nachdem sämtliche Formalitäten erledigt waren, trat er zu Josepha heran, reichte ihr, wie einer guten Bekannten die Hand und sprach kurze Zeit mit ihr auf solche vertrauliche Art, dass Ilse Dore, die natürlich dem Gespräche folgen musste, sehr erstaunt darüber war. Heute Nachmittag spreche ich bei euch vor, schloss er seinen Hut nehmend. Wird Mutter freuen, wir sind im Garten, es ist heut Bleich Tag, erwiderte Josepha gleichmütig. Dann, als Dr. Fiehweg gegangen war, wendete sich Josepha zu ihrer Nachbarin. Sie wundern sich als Fremde über unsere Unterhaltung. Nun, Dr. Fiehweg ist der Gatte meiner ältesten Schwester. Erst auf sein Zureden, nachdem er von Halle aus hierher versetzt war, meldete ich mich zur Aufnahme an der neuen Anstalt. Sie wollen also nicht den Besuch dieses Seminars als Vorstufe für einen späteren Beruf ansehen, fragte Ilse Dore? Eigentlich nein, bisher war mir diese Idee noch nicht gekommen, doch mein Vater meinte, es schadete mir nichts, noch ein paar Jahre lang die Schulbank zu drücken. gerade auf unser Städtchen und dieses Seminar. Sie sehen, ich frage viel auf einmal, wenn sie nicht wollen, beantworten sie meine Fragen nicht. Weshalb nicht, meinte Ilse Dore, es ist ja kein Geheimnis dabei. Seit mehreren Jahren ersehnte ich ein Seminar zu besuchen. Da mein Bruder studiert, so blieben für mich nicht große Mittel übrig. Da schrieb eine Tante von mir, dass einen Beruf zu erhalten. Gewiss, mein Schwager hat als Lehrer einen sehr guten Ruf. Auch den anderen Herren vom Lehrerkollegium geht ein guter Ruf voran. Besonders Monsieur Toujour, ein geborener Franzose soll ein ausgezeichneter Fachmann sein. Ilse Dore hatte aufmerksam den Worten ihrer Nachbarin gelauscht. Durch sie konnte sie die allerbesten Auskünfte erhalten. Sie sind hier in der Pension oder leben sie bei ihrer Tante? Ilse Dore errötete leicht. Jetzt musste sie den Namen der Tante nennen. Ob dann nicht das so nett angebahnte Verhältnis zwischen Josepha und ihr einen tödlichen Riss erleiden würde? Ich wohne und lebe bei meiner Tante Fräulein Mietze Mellenhoff. Sie ist die einzige Schwester meines Vaters, setzte sie gleichsam als Erläuterung hinzu. Dann wartete sie, wartete pochenden Herzens. Nun musste Josepha sich kalt von ihr wenden, musste jede Gemeinschaft mit ihr abbrechen. Doch seltsam, Josephas Minen veränderten sich nicht. Ja, sie reichte Ilse Dore ihre Hand. Dann sind wir ja fast Nachbarin. Unser Garten stößt mit seinen letzten Bäumen an den Bach und jenseits dieses Baches beginnt der Garten ihres Fräulein Tante. Der kleine Bach ist zu manchen Zeiten fast trockengelegt. Man könnte, ohne sich die Stiefel nass zu machen, hinüber und herüberschreiten. Steht nicht auch eine mit Rosen überwachsene Laube am Ende dieses Gartens? Ilse Dore nickte und Josepha fuhr lebhaft fort. Wie oft haben meine Blicke sehnsuchtsvoll an dieser Laube gehangen, wie auch der ganze Garten stets meine größte Aufmerksamkeit forderte. Wie gerne wäre ich über die Steine, die im Bache liegen, hinübergelaufen und hätte mir die blühende Wildnis dieses Gartens näher betrachtet. Doch meine Eltern, die doch so viel Verkehr in der Stadt pflegten, gerade mit ihrem Fräulein Tante verkehren sie nicht. Tante Mieze lebt sehr zurückgezogen, warf Isidore ein. Dieses Gespräch fand im Garten des Seminars statt, in dem die jungen Mädchen während der Zwischenpause frische Luft schöpften und die Frühstücke einnahmen. Erst der schrille Ton der Schulglocke endete diese vertraulichen Mitteilung. Josepha hatte nur noch Zeit, ihrer Nachbarin einige Worte zuzurauen. Herr Fischer, unser Herr Lehrer in Geografie ist wenig beliebt. Er ist ein echter Nörgler und langweiliger Patron. Das Seminar musste ihn anstellen, da er seit Jahren an der Töchterschule lehrte, die nun geschlossen wurde. Da öffnete sich auch schon die Tür und ein älterer Her trat ein. Freilich, das war eine ganz andere Persönlichkeit als Josepha Schwager. Schon auf den ersten Blick sah man ihm den Schulmeister an. Mit langsam abgemessenen Schritten durchmaß er die Länge des Klassenzimmers, bestieg ebenso langsam abgemessen das Katheder und nun grüßte er seine Zuhörerin mit einem kurzen Neigen des Kopfes. Guten Morgen, Kinder! Guten Morgen, Herr Fischer, antworteten die hellen Mädchen Stimmen. Dann äußperte sich der Lehrer, schnupfte aus einer mächtigen Dose und schlug voller Gemächlichkeit ein Buch auf, Unterrichts auf Unachtsamkeit. Sie vermochte ihre Gedanken nicht auf den Vortrag des Lehrers zu konzentrieren. Immer wieder musste sie an das Gespräch mit Josepha denken. Hatte Josepha wirklich keine Ahnung von dem Familienzerwürfnis zwischen den Hillingers und Tante Mieze? Oder tat sie bloß so? Doch nein, Josepha war keiner verstellung fähig. Sie war eine ehrliche, aufrichtige Seele, die Ilse Dore schreckte auf. Ihr Name von einer scharfen Stimme ausgesprochen erklang. Sichtlich verlegen erhob sie sich und starrte in das ärgerlich verzogene Gesicht des Lehrers. Sind sie schwerhörig? fragte er zornig erregt. Schon zweimal habe ich sie gefragt, doch keine Antwort erhalten. Ein schlimmes Zeichen fuhr er polternd fort. Schon in der ersten Stunde nicht bei der Sache. Allotria am Kopfe, hätten sich nicht hierher zu bemühen brauchen. Blutübergossen vor Scham, fast weinend, stand Ilse Dore da. Sie wagte nicht aufzublicken, denn sie fühlte, wie die Augen ihrer Mitschülerin schadenfroh auf ihr ruten. Setzen sie sich und geben sie ein anderes Mal besser Obacht, hörte sie die blecherne Stimme des Lehrers und völlig mechanisch folgte sie diesem Befehl. Den Kopf auf ihre Schoß liegenden Händestrich und unwillkürlich öffneten sich ihre geballten Hände und erwiderten den Druck der kleinen Hand. Und nun, plötzlich, wagte sie den Blick zu heben und Josepha anzuschauen. Doch schnell blickte sie seitwärts. Ein Strahl herzlichster Zuneigung blitzte ihr aus Josephas dunklen Augen entgegen. Ein Seufzer der Erleichterung hob ihre Brust. Wie Isadora an diesem ersten Vormittag hatte, dessen wusste sie in der Folge sich nicht mehr zu erinnern. Nur das eine stand für alle Zeiten klar in ihrem Gedächtnis fest. Niemals im Leben vergaß sie die sanfte Berührung der kleinen Hand Josephas. Neuntes Kapitel Emmerich schreibt Tag reihte sich an Tag. Isadora lebte sich in den neuen Verhältnissen in Tante Mietzes Haus ein. Nach und nach lernte sie die Eigenheiten der alten seit Jahren alleinstehenden Dame kennen und fügte sich ihnen. Es wurde ihr umso leichter, weil sie durch schriftliche Arbeiten für das Seminar sehr in Anspruch genommen war, sodass ihr wenig Zeit für Musestunden blieb. Tante Mietze ließ ihrer Nichte volle Freiheit innerhalb der Grenzen der Hausordnung. Ja, sie sorgte in ihrer Weise für die liebe Nichte. Als sie einmal zugehört hatte, wie Isidore ein kleines Volksliedchen sang, da war sie so entzückt von dem Wohllaut dieser hellen Mädchenstimme, dass sie ihre alte Hausmeisterin Sophie zu ihrem Freunde, dem Kantor Meißner an der Karlskirche, mit der Bitte um einen Besuch schickte. Erstaunt über diese Bitte erschien der alte Herr und der Erfolg dieser Staatsvisite war, dass Isidore bei dem alten Freunde Gesangsunterricht erhielt. Bei dieser Gelegenheit erfuhr Isidore auch, dass Tante Mieze einst eine köstliche Altstimme besessen, oft zu wohltätigen Zwecken und in der Kirche gesungen hatte, doch dass sie dann plötzlich sich von allen Veranstaltungen zurückgezogen hatte. In der sogenannten guten Stube im ersten Stockwerk des Hauses stand noch ein tafelförmiges Klavier. Dieses Zimmer war bisher streng verschlossen gehalten worden. Nun wurde es zum Staun der alten Sophie gelüftet. Die Fenster standen weit offen, um Licht und Luft in den lange verschlossenen Raum zu lassen. Die grauleinenden Überzüge über den Polstermöbeln wurden entfernt und Blumen auf die Fensterbänke gestellt. Kurz neues frisches Leben zog in den Raum ein, der viele Jahre verödet gelegen hatte. Und wieder wie einst erklang eine liebliche, wenn auch nicht große Stimme in der guten Stube. Cantor Meissner war ein guter Lehrer, aber er nahm den Unterricht auch ernst und deshalb musste Ilse Dore manche Stunden üben, in der sie viel lieber hinab in den Garten gelaufen wäre, um in der Rosenlaube zu sitzen, zu lesen und zu träumen. Denn selbst moderne, zielbewusste junge Mädchen träumen noch bisweilen im 20. Jahrhundert. Mit Josepha verstand sich Ilse Dore sehr gut, obschon niemals wieder solch spontane Gefühlsäußerung wie am ersten Schultage sich ereignet hatte. Mit den übrigen jungen Mädchen der Klasse kam Ilse Dore fast gar nicht in persönlichen Verkehr. Denn Tante Mieze hatte verschiedene Male darauf angespielt, dass sie einen engeren Umgang ihrer Nichte mit den Besucherinnen des Seminars nicht gern sehen würde. So blieb Ilse Dore allein. Ja, in den letzten Tagen hatte sie ihren Lieblingsplatz in der Rosenlaube nur auf einen Augenblicke aufgesucht. Tante Mieze lag zu Bett. Ihr altes Leiden, ein böser Rheumatismus hatte sie wieder stärker heimgesucht. Sie litt viel Schmerzen und da war sie eine Freude, wenn Ilse Dore ihr ein paar Lieblingslieder vorsang oder aus einem guten Buche vorlas. So verging Ilse Dore die schon knapp bemessene Mußezeit. Denn sie musste jede Stunde drangeben und alle ihre geistigen Kräfte aufbieten, um den Ansprüchen ihrer Lehrer gerecht zu werden. Eben hatte Ilse Dore einige Seiten aus J.P. Eckermanns Gesprächen mit Goethe vorgelesen, als Sophie hastig ins Zimmer stürzte. In der Hand hielt sie einen Brief. Ein Brief an unser Fräulein und gar aus Berlin stammelte sie in höchste Erregung. Ilse Dore lächelte. Gewiss von meinem Bruder Emmerich, ich hatte schon lange auf Nachricht gewartet. Mit diesen Worten nahm sie das Schreiben aus Sophies Hand. Darf ich ihn öffnen, fragte sie dann, als Sophie einen Verweis ihrer Herrin über ihr Ungestüm erhalten und sich rasch empfohlen hatte. Aber natürlich Dore ich fühle mich ein wenig matt und will versuchen zu schlafen. Geh in den Garten, Sonnenschein und gute Luft werden dir wohltun, nachdem du so freundlich bei mir im halbdunklen Zimmer ausgehalten hast. Ilse Dore neigte sich und küsste Tante Miezes ihr entgegengestreckte Hand. Ich danke dir liebe Tante setzte sie mit ehrlicher Offenheit hinzu. Goldener Sonnenschein flutete Ilse Dore entgegen. Sie musste einen Augenblick die Hand vor die Augen halten. Das helle glänzende Sonnenlicht tat ihr beinahe weh. Dann brach sie das Schreiben auf und las Mein geliebte Schwesterlein So da wäre ich in dem großen Berlin eingetroffen. Onkel Quaister hatte seinem Lehrbuben hielt ich meinen Einzug in Onkel Quaister Staatspalast. Dieser steht nicht gerade im feinen Viertel der Hauptstadt des Deutschen Reiches. Aber er hat dafür den Vorzug, dass ich keine Straßenbahn zu benutzen brauche, um an das Kolleg zu kommen, denn die Linden erreiche ich mit wenig Schritten. Onkel Karl ist ein patenter Kopf, seine Gattin eine zierliche Dame, natürlich beide im vorgerückten Alter. Kinder sind nicht vorhanden, nur vier Gesellen und zwei Lehrbuben, die gleich im Hause wohnen und essen. Natürlich war große Freude in Quaisters Hallen, als der erwartete Neffe einzog. Tante Lina hatte einen mächtigen Kuchen gebacken, von dem ich anfangs glaubte, er müsste wochenlang ausreichen. Doch schon am ersten Tage sah ich meine falsche Annahme ein. Hier im Hause wird nicht geknausert oder im geräumigen Hofe eines schmucken Vorderhauses liegt, ganz allein. Im ersten Stock sind die Wohn- und Schlafzimmer der Herrschaft, zu der auch deine Brüderliche Liebe zählt, während im Erdgeschoss die Werkstätten und Schlafräume der Angestellten liegen. Auch ein sogenannter Garten ist vorhanden. Du würdest lachen, wenn du ihn säest. Eine Akazie, zwei Sträucher Johannisbeeren und eine Laube aus Holzlatten. Hier in Berlin scheint man seltsame Begriffe von einem Garten zu haben. Wenn ich da an unseren Garten daheim denke und an Apothekers schönen Garten, vom Kommerzienrad Wehrhauspark ganz zu schweigen, dann muss ich den Kopf schütteln. Da ich mich eben an Wehrhaus erinnere, so vermelde ich dir, dass Leo von seiner Nordlandreise, die er bis Spitzbergen ausgedehnt hatte, wohl und munter zurückgekehrt ist. Er hat sehr viel gesehen und erlebt, auch so mancherlei Bekanntschaften gemacht. Besonders ein Mr. Fox, Sohn eines Eisenkönigs aus San Francisco, hatte ihm außerordentlich gefallen. Dieser Bekanntschaft ist es auch wohl gelungen, Leo von seinem Plane zu See zu gehen abwendig zu machen. Sein Vater scheint darüber sehr glücklich zu sein. Dieser Tag schon fährt Leo mit der Deutschland nach Amerika, um sich in Dolorica zu einem tüchtigen Kaufmann auszubilden. Da sieht man einmal wieder, wie selten die Hoffnung und Pläne, die uns in der ersten Jugend begeistern in Erfüllung gehen. Die Apotheke zum König Salomon ist auf zwei Jahre verpachtet. Schmettau bleibt im Bau und Helldorf nebst Tochter wollen sich in Süddeutschland wahrscheinlich in Heidelberg einstweilen ansiedeln. Auf wie lange wusste Leo nicht. Von Johannes ist noch immer keine Nachricht eingelaufen. Niemand weiß, ob er noch lebt. Doch denkt Leo, dass Vater Helldorf die Apotheke deshalb nur verpachtet hat, weil er die Hoffnung nicht aufgeben will, seinen Sohn einmal als Besitzer dieser Goldgrube zu sehen. Doch habe ich auch noch verschiedene Kollegen für philosophische Studien und Geschichtsforschung belegt. Zwei Stipendien erhielt ich schon ausgezahlt für Arbeiten, sodass ich zurzeit ausnahmsweise gut bei Kasse bin und mich in dem Gefühl ein reicher Mann zu sein sonne. Freilich, lange wird die Herrlichkeit nicht wehren, denn Berlin ist ein teures Pflaster. Doch davon brauchst du nichts nach Hause zu schreiben, Muttchen kriegt es sonst mit der Angst. Es war ihr so nicht recht, mich in dieses Babel gehen zu lassen. Eben merke ich, dass ich ein ganz mordschlechter Bruder bin, ein Egoist vom reinsten Wasser. Da schreibe ich dir von allem Möglichen, aber es fällt mir nicht ein, mich nach deinem Befinden zu erkunden, nicht danach, ob du dich gut eingerichtet hast freundlich zu dir sein sollte. Ich will dir keine Schmeichelei sagen, aber du bist die liebste, beste und treueste Schwester, die sich ein Bruder nur wünschen kann. Schade, dass Wenkstedt so außer meiner Welt liegt, sonst würde ich dich und Tante Mietze bald überraschen. Wie gefällt es dir im Seminar? Wird dort auch so viel leeres Stroh gedroschen wie bei uns im Kasten seligen Angedenkens? Dem Himmel sei gedankt, dass jene Zeit nun hinter mir liegt. Als Student gilt man etwas. Die hübschen Mädels schauen uns gern nach, wenn wir die Linden entlang bummeln. Herr Gott, man ist ja nur einmal jung. Du wirst denken, der Emmerich ist dein Argerschelm geworden. Nein, Schwesterlein, ich bin sehr fleißig, doch vom Fleiß allein kann man nicht leben. Hast du nette Mitschülerinnen gefunden? Grüße sie mir sämtlich. Am Ende komme ich doch mal nach Wenngstedt, soll das ein frohes Zusammensein werden. Für heute lebe wohl, auf Wiedersehen, es grüßt dich und Tante Mieze, dein lebenslustiger Bruder. Emmerich Stutt Theolog Gedankenvoll faltete Isidore den Brief zusammen. Gottlob, Emmerich hatte sich mit dem Gedanken Theologie zu studieren ausgesöhnt. Ihm erschien das Leben im rosenfarbigen Schimmer. Und Onkel Quaister war ganz der Mann für Emmerich. Fleißig und strebsam und doch die Freuden, die das Leben bot, mit ganzer Seele genießend. Mittlerweile war es Abend geworden. Lange graue Schleier schwebten herab und verdeckten das lichte Blau des Himmels. Isidore schreckte auf. Ob Tante Mieze noch immer schlief, sie hatte nicht nach ihr gerufen, alles war still um sie her. Nur der Abend bewegte die Wipfel der Bäume in leisen Schwingungen. Der Lärm des Tages war verstummt, sodass sie selbst das schwache Rauschen des Baches hinter dem Garten vernahm. Ich werde hineingehen, dachte Isidore und kehrte in das Haus zurück. Vorsichtig leise öffnete sie die Zimmertür. Doch Ein Haufen Schriften lag neben ihr. Einige Schubkästen waren aufgezogen, in denen sich weitere Schriftstücke zeigten. Erschrocken blickte die alte Dame sich um. Dann, als Isidore erkannte, erhellte ein Freudenschein ihr Gesicht, das unter der Schlafhaube mit der breiten Feibel heute sehr schmal und klein erschien. Ach, du bist es Dorchen, sagte sie. Tante Mieze liebte die Doppelnamen nicht und nannte Isidore mit Vorliebe Dorchen. Ich sehnte mich, dich vor dem Schlafengehen noch zu sehen. Wirklich, Kind, liegt dir das Wohl und Wehe deiner altmodischen Tante so sehr am Herzen, fragte sie. Wie du nur so fragen kannst, ich habe dich lieb, Tante Mieze, du bist so gut zu mir und Je länger Isidore sprach, desto heller leuchtete es aus Tantes sonst so matten Augen. Sie erhob sich und reichte der Nichte ihre Hand. Komm, setze dich noch einen Augenblick zu mir, oder bist du müde? Ganz und gar nicht, Tantchen, lass uns noch ein bisschen plaudern, erwiderte Isidore. Sie hatte der Tante den Arm gereicht, um sie nach dem altmodischen, mit geblümten Kattum überzogenen Sofa zu führen. Tante Leben lang nichts vom Schwindel gehalten, immer offen und ehrlich, wenn es mir auch zum Schaden gereichte. Isidore bemühte sich um die alte Dame, legte ihr ein weiches Kissen in den Rücken und streichelte ihr liebreich die Hände. Also lieb hat mich das Kind, murmelte die alte Dame dann, gleichsam zu sich selbst sprechend. Isidore erwiderte kein Wort, sie wusste, Tante Mize liebte es nicht, wenn jemand viele Worte machte. Eine kleine Weile stockte das Gespräch. Isidore merkte es wohl, Tante Mize kämpfte mit einem Entschluss, in ihren Zügen arbeitete es erregt. Als die Pause gar zu lang wurde, begann das junge Mädchen zu sprechen. Mein Bruder Emmerich lässt dich schön grüßen, Tante, er hofft uns bald einmal zu sehen, er will uns besuchen, lesen? Nein, Dörrchen, nein, man soll niemals Briefe lesen, die nicht an uns gerichtet sind. Ist schon manches Unheil aus ähnlichen Schriften entstanden. Ich denke, es ist weder anständig noch passend in fremde Briefe einguck zu halten. Wieder trat eine Pause ein, dann aber richtete sich Tante Mize energisch auf. Zweimal öffnete sie ihre Lippen, aber kein Ton wurde hörbar. Plötzlich sagte sie rasch, du hast mir des Öfteren von deinen Lehrern erzählt, doch noch niemals von deinen Mitschülerinnen gesprochen. Isadore errötete, jetzt musste sie Farbe bekennen, durfte Josepha Hillingers Namen nicht verschweigen. Ich dachte nicht, dass du Interesse daran hättest, liebe Tante. Ich erzählte dir bereits, dass ich als zweite der Klasse sitze. Unsere Prima ist ein Kind dieses Städtchens, sie heißt Josepha Hillinger. Meine andere Nachbarin, Grüßchen Merker, stammt aus Oberhof. Sie ist ein nettes, bescheidenes Mädchen. Mit diesen beiden Nachbarinnen stehe ich mich recht gut. Sie sind in meinem Alter. Die meisten Mitschülerinnen sind bedeutend jünger. Eine fahle Blässe bedeckte flüchtig Tante Mietzes Anlitz. Dann färbte es sich purpurrot und ihre Augen Josepha Hillinger murmelte sie dann. Und du sagst, es sei ein nettes Mädchen? Ohne falsch und fehl? Und daran glaubst du? Gewiss erwiderte Ilse Dore fest und bestimmt. Daran glaube ich und dafür habe ich die allerbesten Beweise. Und nun erzählte sie der gespannt zuhorchtenden Tante von der Szene am ersten Schultage. Still, bewegungslos hatte Tante Mietze zugehört. Dann aber fuhr sie leidenschaftlich auf. Und du glaubst dort an Liebe und Treue? Gewiss erwiderte Ilse Dore. Zum zweiten Male gebrauchte sie dieses Wort. Eine stumme Pause trat ein. Tante Mietze lehnte sich schwer an die Polster zurück. Ihre Hände bewegten sich nervös hin und her. Dann schüttelte sie den Kopf. Ich kann es nicht glauben. Liebe und Treue sind für schüttelte nur liebkosend über die im Schoß gefalteten Hände der alten Dame. Warst du schon mal drüben im Hause bei den Hillingers? Ilse Dore schüttelte das Köpfchen. Nein Tante wie sollte ich? Ich hatte weder Zeit noch Lust Besuche zu machen und Josepha hat mich auch niemals dazu aufgefordert. Sie verkehrt mit keiner der Mitschülerinnen. Ihre Schwester ist verheiratet mit ihr und deren Mann unserem Klassenlehrer scheint sie fleißig zu verkehren. Und ihre Eltern? Habe ich noch niemals gesehen stand Ilse Dore. Hm hm so so na das ist gut so. Die alte Uhr auf dem Vorsaal mischte ihre Stimme in Tante Mietzes Worte. Die alte schwieg. Dann nickte sie ihrer Nichte zu und sagte mit völlig veränderter Stimme Es schlägt elf Uhr du wirst müde sein und auch ich sehne mich nach Ruhe. Ein anderes Mal mehr. Jetzt geh und schicke mir Sophie. Sie soll mir helfen. Zehntes Kapitel Unverhoffter Besuch Allmählich hatte der Sommer Abschied genommen und man marschierte nun strax auf den Herbst los. Das Wetter war noch immer köstlich schön. Im Garten sammelte die alte Sophie den reichen Erntesegen ein und ein klarer blauer Himmel wölbte sich über der sonnenbeschienenen Landschaft. Niemals wieder war Tante Mieze auf jenes Gespräch zurückgekommen und der Name Josefas war niemals wieder erwähnt worden. Hatte die alte Dame dies alles vergessen oder wollte sie nicht daran erinnert sein? Wohl hatte Ilse Doro bei der Aufnahme in das Seminar eine sehr gute Prüfung abgelegt. Sie hatte eben Lücken in ihrem Wissen ihren Kenntnissen gab. Nun setzte sie sich nur noch ein Ziel. Sie musste ihre Kräfte aufs Äußerste anstrengen, um jene Lücken auszufüllen und um nicht von einer anderen Mitschülerin überflügelt zu werden. Seltsamerweise hatte sich in der Mittelklasse des Seminars kein eigentlicher Verkehr zwischen den Schülerinnen eingestellt. Die größte Anzahl davon war ortsfremd und lebten in Pensionaten. Naturgemäß hielten diese jungen Mädchen zueinander. Sie waren ja tagsüber auf sich angewiesen. So kam es, dass die übrigen jungen Mädchen nur sehr wenig Umgang fanden. Ilse Doro fühlte auch kein Verlangen nach Mädchenfreundschaften. Sie wünschte, das sich selbst gesteckte Ziel zu erreichen. Deshalb arbeitete sie mit unermüdlichem Eifer und ihre wenigen freien Stunden widmete sie ihrer Tante und ihrer geliebten Musik. Darin hatte sie große Fortschritte gemacht. Ihre von Natur angenehme Stimme hatte an Umfang und Stärke bedeutend gewonnen. Ihr Lehrer war mit ihr sehr zufrieden und Tante Mieze liebte es, sich in den Dämmerstunden von ihrem Dörchen ein paar Volkslieder vorsingen zu lassen. Als dann die ersten herbstlichen Tage kam, fühlte sich Tante Mieze oft leidend. Zwar versuchte sie ihre Schmerzen vor den Augen der jungen Nichte zu verbergen, ja sie wies jede Hilfeleistung sogar schroff zurück, doch Ilse Dore ließ sich nicht abschütteln, sie kam wieder und wieder und zuletzt sah es Tante recht gern, wenn sich Dörchen um sie bemühte. Ihre Hände waren viel zarter als die abgearbeiteten Hände der alten Sophie, die wohl ihre Herren gern bediente, doch nicht das rechte Zeug zu einer liebevollen Pflegerin besaß. Trotzdem sie es mit keinem Worte äußerte, so litt Ilse Dore unter der Einwirkung eines starken Heimwehs. Sie sehnte sich nach dem kleinen Hause am Waldesrand, nach Vater und Mutter, nach dem einfachen, doch fröhlichen Leben im Elternhause. Zwar war es in der Heimat auch stiller geworden, Isse Dore wusste ja, dass Helldorfs ihre liebsten Freunde und Jugendgenossen weit weggezogen waren. Mit Margarete Helldorf hatte Isse Dore noch zweimal Briefe gewechselt, dann war ihr letzter Brief ohne Antwort geblieben. War die lustige Grete krank? Von Johannes Helldorf war seit seiner Flucht aus dem König Salomon niemals wieder eine Nachricht eingetroffen. Er war, ohne eine Spur zu hinterlassen, verschwunden. War er verdorben? Gestorben? Auch von Elisabeth Wehrhaus hatte Isse Dore keinerlei Nachrichten erhalten, ob schon die jungen Mädchen einen lebhaften Briefwechsel verabredet hatten. Nur aus Briefen ihrer Mutter hatte Isse Dore erfahren, dass Elisabeth nach Montreux in der Schweiz in dasselbe vornehme Pensionat geschickt worden war, in dem auch die Erziehung ihrer älteren Schwester Hortense den letzten Schliff erhalten hatte. Wie oft hatte Isse Dore, wenn Tante Mieze die müden Augen zugefallen waren, an die Geschicke und das Leben dieser ihrer Jugendfreunde gedacht, ohne eine Antwort auf ihre bangen Fragen zu finden. So war es auch eines Tages Ende August. Schon sanken die Schleier des frühen Abends herab. Isse Dore hatte der Tante das alte schöne Lied vom Lindenbaum vor dem Tore vorgesungen. Die alte Dame hatte mit gefalteten Händen still dem Gesange gelauscht. Dabei war ihr das Haupt an das weiche Polster des Ohrenstuhls gesunken. Sie hatte sich zwar noch ein paar Mal aufgerichtet, dann waren ihre alten Augen aber zugefallen. Sie war eingeschlafen. Um die Liebeschläferin nicht zu stören, war Isse Dore am Klavier sitzen geblieben. Ihre Hände ruhten noch aus dem von alter gelblich getönten Elfenbeintasten des altertümlichen tafelförmigen Instrumentes, als es plötzlich laut und vernehmlich an der Haustür klopfte. Isse Dore lauschte. Sie stutzte. War das nicht eine Männerstimme? Aber wer klopfte noch so später am Abend bei Tante an? Und seltsam, die Stimme erschien Isse Dore sehr bekannt. Wer war das? Vorsichtig erhob sie sich, um nachzusehen. Tante Mieze war von dem Geräusch nicht erwacht. Auf den Fußspitzen balancierend durchschritt Isse Dore das Zimmer. Sie öffnete, da ein Wanderbursche bittet um einen kleinen Zehnfennig vernahm Isse Dore. Die alte Sophie wollte ebenbar die Türe zuschlagen, als Isse Dore mit dem Ausruf Emmerich, mein geliebter Emmerich, dem Wanderburschen an die Brust sank. Wäre der Himmel neben Sophie eingefallen und hätte das ganze Haus zerstört, Sophie hätte nicht erstaunter blücken können als jetzt, wo Isse Dore ihre beiden Arme fest um den Hals des fremden Mannes legte und immer nur voller Entzücken ausrief, Emmerich, mein Emmerich, endlich, endlich sehe ich dich wieder, wie lange schon habe ich mich nach dir gesehnt. In diesem Augenblick erst bemerkte Isse Dore Schwelle hinein in den Vorflur. Dann flog ein listiges Lachen über ihr strahlendes Gesicht und einen tiefen Knicks vor Sophie machend sagte sie humorvoll Bitte Fräulein Sophie ich möchte Ihnen meinen Bruder Emmerich vorstellen der auf seiner Harzreise hier mit herangekommen ist um mich wieder zu sehen und Tante kennen zu lernen Emmerich streckte der Alten die Hand entgegen Grüß sie Gott altes Haus doch Sophie zog ihre Hand zurück und verbarg sie eines neuen Angriffes gewärtig unter ihrer weißen steif gestärkten Schürze Nun dann nicht liebe Tante bemerkte Emmerich während seine Schwester ihn nach ihrem Zimmer zog Warte hier einen Augenblick ich muss Tante Mieze erst auf deiner Schein vorbereiten schon spät setzte sie erklärend hinzu Na nun zu spät in Berlin fängt jetzt das Leben erst richtig an Hier hat es lange schon aufgehört erwiderte Ilse Dore die Tür schließend Nee nee sowas lebt nicht kommen bei Nachtschlafender Zeit fremde Herrens zu Besuch nee nee sowas nice Mit diesen ziemlich laut ausgesprochenen Worten verschwand die alte Sophie in ihrer Er wollte dich so gern kennenlernen und sein Schwesterlein besuchen Na freilich da wird Sophie aus dem Häuschen gehen Ich denke ein fremder Herr hat seit langen Jahren meine Schwelle nicht betreten Wohin hast du ihn gebracht Dörchen hole ihn Ich bin auf seine Bekanntschaft neugierig Emmerich verstand es gut sich mit der alten Dame zu befreunden Es war kaum eine halbe Stunde verflossen da saß er auf dem steiflinigen Sofa neben Tante Mieze Er erzählte ihr in seiner lebhaften humorvollen Art und Weise von Berlin von Onkel und Tante von seinem Studium und von den Abenteuern und Erlebnissen seiner Harzreise so dass Tante Mieze gar nicht aus dem Lachen herauskam Ein Klingelzeichen rief Sophie herein Ihre neugierig funkelnden Augen durchforschten Suchen das Zimmer Denke nur Tante Deine Sophie hat mir nicht mal die Hand zum Willkommen gereicht Lächelnd drohte Tante Mieze der bestürzt dastehenden Sophie mit der Hand Pfui Alte hast du so wenig feine Lebensart bei mir gelernt bessere dich geh in dich jetzt aber nimm die Kellerschlüssel auf dem Brett rechts liegen die grüngold gesiegelten Weinflaschen hole eine davon herauf und bringe uns die gelben Römer Je länger Tante Mieze sprach desto größer öffneten sich die Augen Sophies na na madammchen aber ist vom grün gesiegelten soll ich holen das ist doch der kindstaufwein vom Herrn Obermeister geh und rede nicht so viel dazu noch solch dummes Zeug so rasch als es ihr Alter erlaubte verschwand Sophie und erschien nach wenigen Minuten wieder Ilse Dore nahm ihr Gläser und Flasche ab der Bruder handhabte Dein Wohl liebe Tante rief Emmerich verschämt erruhltend wie ein junges Mädchen dankte Tante Mieze sie nippte nur von dem edlen Tropfen während Emmerich sein Glas austrank Nagelprobe Tante dein Wein schmeckt vortrefflich rief der Student sein Glas wieder füllend ist auch eine feine Marke erwiderte die Tante mein guter Großvater erhielt ihn zum Geschenk als er sein Amt als Obermeister der hiesigen Bäckerinnung niederlegte erzählte sie Ilse Dore staunte so lebhaft hatte sich Tante nicht an dem Gespräch beteiligt als ihr Vater hier wallte ja ja der Emmerich das war ein tausendsasser ein schweren nöter er verstand es alte und junge Damen zu unterhalten die Uhr auf der Diele schlug die mitternächtliche Stunde an Tantchen bist du nicht müde fragte Ilse Dore nein Dörchen ganz und gar nicht der Sandmann hat Reis ausgenommen als der flotte Bruder Studio anrückte bemerkte sie ein feines lächeln verschönte ihr Gesicht Emmerich neigte sich über ihre Hand und küsste sie zärtlich Ilse Dore kam aus dem Storn gar nicht heraus Tante ging sonst stets zeitig zur Ruhe und heute saß sie noch um Mitternacht luftig und munter in ihrem Stuhl in unseren Weihnachtsferien fahren wir zusammen zu den Eltern ich hole euch ab natürlich mein Jungchen da wollen wir mal wieder lustig sein gedankenvoll blickte sie vor sich hin richtig sind gerade 20 jährchen her seitdem ich das letzte mal mein Haus verließ ich das nächste Wort blieb unausgesprochen die Zimmertür öffnete sich ganz leise und die alte Sophie schon die mächtige gestärkte Schlaffarbe auf dem Kopf erschien alle guten Geister rief Emmerich aus und in komischen Entsetzen faltete er seine Hände ich wollte man nur fragen ob wir heute ja nicht zu Bett gehen presste sie mit ihrer tiefen Grabestimme heraus Tante Mieze und die Geschwister lachten hell auf aber Sophie ich denke wir leben das ganze Jahr nach der Uhr heute wollen wir mal über die Zeit herrschen doch Madame solche wilden Sachen sind nur für junge Herrschaften meinte Sophie Emmerich hatte ein volles Glas eingeschenkt hier Sophie trinken sie auf Tantes wohl einen Schluck feste nicht so zimperlich nagelprobe sage ich ihnen Sophie ließ sich zureden doch als sie getrunken hatte meinte sie kurios mir wird ganz schwindelig schadet nicht Sophie kennen sie nicht das schöne Lied wer niemals einen der Emmerich ist ein ganz schlimmer komm gib mir deine Hand geh zu Bett ich will schon Tante versorgen du hast recht es höchste Zeit schlafen zu gehen von Ilse Dore geleitet schwankte Sophie aus dem Zimmer nicht ohne noch einen anklagenden Blick auf Emmerich geworfen zu haben als Ilse Dore dann zurückkehrte traf sie Tante und Neffen in ein ernstes Gespräch vertieft ja Tantchen zwei Semester sind abgehaspelt nun noch vier dann werde ich wohl bestallter Kandidat Theologie nach weiteren zwei Jahren steige ich in das Staatsexamen und dann erhalte ich in irgendeinem Neste eine Pastorei aber nun zu Bett warf Ilse Dore ein wollen erst noch den Rest austrinken schlug Emmerich vor die fast geleerte Flasche gegen das Licht haltend Emmerich hat recht Ilse Dore du musst dich fügen entschied Tante Mieze dann aber folgte sie jedoch ins Schlafzimmer Elftes Kapitel Ilse Dore beichtet hellglänzend stand die Sonne am blauen Himmel als Ilse Dore am anderen Morgen hinaus in den Garten trat mit wohligem Entzücken atmete sie die köstliche frische Morgenluft ein es war schon ziemlich spät und der Weg zum Seminar etwas weit deshalb beeilte sie sich mit ihrem Frühstück und dabei überdachte sie noch einmal die Aufgaben für den heutigen Unterricht Ein leichter Schritt kam den Mittelweg entlang Ilse Dore blickte auf Ah Brüderlein schon auf den Beinen Und du bist schon für den Kasten gerüstet fragte Emmerich zurück Darf ich dich begleiten Ich will deine Residenz beaug scheinigen setzte er wichtig hinzu Übrigens ist Tante schon zu sprechen Sie war so lustig gestern Abend hatte mir die alte Dame ganz anders vorgestellt Tante schläft noch Sophie sagte mir sie schliefe meistens lange denn sie fühlt sich oft des morgens recht matt Na gestern war sie fröhlich und guter Dinge Habe sie noch niemals so heiter gesehen aber jetzt komm ich muss pünktlich sein und mein Weg ist noch ziemlich weit Natürlich erregte Emmerichs Erschein großes Aufsehen In der Kleinstadt erlebte man keine prickelnden Zwischenfälle Hier ging alles nach einer alten Schablone spielte sich das Leben in denkbar engsten Kreisen ab Da musste ein Student in dem gewohnten Straßenbild schon auffallen Besonders die Blicke der jungen Seminaristinnen folgten dem Flottenbruder Studio Als er sich am Eingang zum Seminar von Ilse Dorö verabschiedet hatte wurde sie von allen Seiten mit Fragen bestürmt Wer war der Student Wo kommt der her Bleibt er länger hier Voll komischen Entsetzens hielt sich Ilse Dore beide Ohren zu Wenn ihr alle auf einmal sprecht da versteht man kein Wort Ihr wollt wissen wer es war Nun mein Bruder Emmerich er studiert in Berlin Theologie und reist heute Nachmittag weiter So nun wisst ihr alles ganz genau setzte sie mit gut gespielter Gelassenheit hinzu Montag beginnt an der Berliner Universität die Vorlesungen wieder Aber da schlägt es schon neun Uhr und dort an der Ecke erscheint schon Dr. Viehweg da heißt es sich sputen Ilse Dore sprengte den Kreis ihrer neugierigen Gefährt hin dann nahm sie als sei nichts geschehen ihren Platz auf der ersten Bank ein Tante Mieze hatte ein vorzügliches Festessen von Sophie vorbereiten lassen sie selbst nahm daran nicht teil sie saß auf ihrem Lehnstuhl und beobachtete Emmerich der voll frischen Appetit ist den ausgewählten Speisen alle irre antat das war ein Genuss sagte er Messer und wenn es dir jeden Tag geboten würde wäre es bald nichts außergewöhnliches mehr erwiderte Tante Mieze wollen wir nicht ein Stück spazieren gehen fragte Ilse Doro wie es merkte dass der Tante vor Müdigkeit die Augen zufielen ja Kinder geht Emmerich muss doch die Sehenswürdigkeiten der Stadt kennenlernen erzähle mir von deinem Leben bat Ilse Doro bald darauf ich führe dich zum Schlossberg stutzte er blickte seine Schwester forschend an doch fragte er nichts schaue dich um meinte damals Vater und wirklich er hatte so recht als ich dann mich umschauen sollte da war ich ganz entzückt wir wohnen daheim in der weiten Ebene hier mitten im Bergland ist man dem Himmel viel näher Vater erzählte mir dann dass hier oben auf der Höhe einst ein stolzes Schloss gestanden hätte mit Türmen Erkern und festen Mauern als sollte es für eine Ewigkeit stehen und doch dennoch hatte ein Blitzstrahl es zerstört das Rittergeschlecht ist gestorben verdorben in alle vier Winde zerstreut und heute heute zeigt kein Stein mehr die Stelle wo einst fürstlicher Glanz herrschte verschollen fügte Emmerich hinzu ebenso verschollen wie Johannes Helldorf wie lange Monate sind dahin gegangen ohne auch nur eine Spur von seinem Leben seinem Dasein zu bringen sein eben noch lachendes Gesicht überflog ein tiefer Schatten er hatte den verschollenen Dieb gehabt und Leo warf Ilse Dore nach einer Weile ein Leo ihm geht es gut ich bekam vor einigen Wochen einen Brief von ihm es scheint ihm sehr zu gefallen und er selbst gefällt durch sein munteres Wesen er schrieb mir vor seiner Abreise nach Amerika in den nächsten Tagen kann ich Nachricht erhalten und Elisabeth schrieb er von seiner Schwester nicht viel es gefällt ihr nicht in der vornehmen Pension sie hat Heimweh nach Hause nach na was so Mädchen alles schreiben Emmerich war bei den letzten Worten tief verrötet Ilse Doro bemerkte es wohl sie freute sich darüber war es doch ein Zeichen dass auch Emmerich sich nach seiner kleinen Spielgefährtin sehnte allein sie vermied darüber zu sprechen ja ja Heimweh tut weh flüsterte sie mehr für sich als ihrem Bruder gewendet schau mich mal an Ilse Doro leidest du auch an Heimweh vorhin als du vom Vater sprachst es schwamm dein Auge in Tränen Schwesterlein sprich dich aus verschließe deinen Kummer nicht vor mir bat Emmerich er hatte den Arm um die zarte Talie der Schwester gelegt und versuchte nun ihr ins Auge zu blicken besitzest du keine Freundin hier vorsteher weiter Ilse Doro schüttelte das Köpfchen armes Dorchen meinte Emmerich gedankenvoll in die Weite blickend Ilse Doro schmiegte sich dicht an den Bruder und nun vermochte sie ihre Tränen nicht mehr zurück zu halten sie weinte bitterlich doch dabei flüsterte sie immer wieder lasse Tanten nichts merken sie ist ja so gut zu mir nur was nur drängte Emmerich sie hasst Josepha sprudelte Ilse Doro heraus wer ist Josepha erzähle es mir vielleicht nein Emmerich hier gibt es kein vielleicht hier herrscht dessen Ursache ich nicht kenne und so viel will ich nicht ausforschen und nun erzählte sie mit knappen Worten von Josepha Hillinger der Prima ihrer Klasse ohne seine Schwester mit einem Worte zu unterbrechen hörte Emmerich zu so stehe ich ganz allein ohne Freundin ohne Aussprache und war doch so an Freundschaft und Liebe gewöhnt Tante ist wohl gut doch viel zu alt um mir jetzt erhob sich Ilse Dore sie blickte sich ganz erstaunt um vergiss was ich sprach bat sie mit kindlicher Anmut wir wollen heimgehen Tante erwartet uns gewiss schon lange zwölftes Kapitel der Unfall Emmerich war im Begriff abzureisen Ilse Dore begleitete ihn zur Bahn komm bald wieder rief Tante Mieze dem Scheidenden nach gewiss auf frohes Wiedersehen Emmerich schwenkte seine bunte Mütze zum Lebewohl auf frohes Wiedersehen wiederholte er dann verschwand der Marktplatz mit dem schmalen hochgiebeligen Hause seinen Blicken der Zug war schon gemeldet als die Geschwister den Bahnsteig betraten und da zufällig eine Anzahl Reisender auch diesen Abendzug benutzten so herrschte ihr reges Treiben leb wohl Schwesterlein lass dir den Abschied nicht zu nahe gehen ich komme bald wieder ist ja nur ein Katzensprung von Berlin Tante Mietze ist ein fideles Haus und gar nicht knauserig hat mir 50 Mark zum Abschied geschenkt die rot funkelnden Augen der heranbrausenden Lokomotive blitzten durch den hereindämmernden Abend der Zug hielt Emmerich umarmte sein Schwesterlein bleibe gesund und denke nicht so viel nach über Dinge die sich nicht ändern lassen immer frisch und fröhlich das Leben genießen das ist der beste Weg um glücklich zu sein fertig rief der stationsvorstand dann ein einen rücken der wagen die verbindungsketten klirten die räder stampften und dahin rollte der Zug schnell war er den Augen der zurückbleibenden entschwunden der Platz vor dem Bahnhof war ziemlich schwach beleuchtet Isidore kam aus der helleren Beleuchtung des Bahnsteiges verwirrt blieb sie einen Augenblick stehen und strich sich wie um besser sehen zu können über die Augen dann schritt sie die Stufen zum Vorplatz hinab in diesem Augenblick vernahm sie ein seltsames Geräusch ein Rattern und Fauchen plötzlicher heller Lichtschein erhellte das Dunkel er blendete ihre Augen und sie sah nichts mehr da fühlte sie sich plötzlich festgehalten sie stieß einen Schrei aus dann war es ihr als fiele sie fiele sie klaffter tief hinab die Sinne schwanden ihr Nacht tiefe Nacht umhüllte sie was wo bin ich fragte sie mit bebender Stimme mit noch geschlossenen Augen tastete sie nach allen Seiten seltsam sie lag auf einem gepolsterten mit Leder überzogenen Kissen und neben mir stand jemand und hielt ihr eine Hand merkwürdig emmerig war das nicht zwar glich er ihm an Gestalt doch Ilse Dore versuchte sich zu erheben da eine fremde milde und tiefe Stimme schlug an ihr Ohr bleiben sie still liegen sie erschrecken sich und dann ja ja aber wie wie komme ich in den wagen ich will nach hause gehen und so schnell geht das nicht bleiben sie still liegen in den wagen kamen sie auf eine ganz einfache natürliche weise ich wartete oben im Vorraum auf mein Auto da kamen sie vom Bahnsteig her und schritten die Stufen zum Bahnhofsplatz hinab in diesem Augenblick fuhr mein Auto etwas scharf um die Hausecke das helle elektrische Licht der Lampen mag sie erschreckt haben ich merkte wie sie schwankten da blieb mir gerade noch so viel Zeit zu zu fassen und sie vor dem Sturz die Stufen hinab zu bewahren Isadora hatte ohne sich zu regen seinen Worten gelauscht ein Gefühl von Ruhe und Geborgensein war über sie gekommen ja sie fühlte sich stark genug um nach Hause zu gehen sie erhob sich doch mit einem Schrei sank sie auf das Polster zurück haben sie sich wehe getan fragte der fremde her nein es ist schon wieder gut ich danke ihnen mein her für ihre Hilfe jetzt muss ich aber schleunigst nach Hause meine Tante erwartet mich ich sie haben mir nicht zu danken ich muss vielmehr für meinen aber hier gibt es kein aber doch vorher möchte ich mich ihnen noch vorstellen fuhr in den wagen steigend fort dr hillinger als wäre ein blitzstrahl neben ilse dore herabgesaust und hätte ein eden in eine wüste verwandelt so heftig erschrak sie dr hillinger josephers bruder der wie sie heute morgen im seminar erfahren hatte seit zwei tagen zum besuch seiner eltern hier weilte nein in dessen gesellschaft durfte sie ohne tante auf das empfindlichste zu kränken nicht nach hause kommen bitte lassen sie mich aussteigen ich denke die frische luft wird mir wohltun auf keinen fall gestatte ich das sie sind noch viel zu erregt um allein nach hause gehen zu können wir können ganz langsam fahren wenn ihnen die schnelle Fahrt unangenehm ist ohne ihr Zeit zum Widerspruch zu lassen nahm er den Platz neben ihr ein stützte sie mit Kissen und Decken und rief Anton recht langsam fahren dann lachte er plötzlich hell auf ja mein himmel nun weiß ich nicht einmal wo ich sie überhaupt bringen soll über Ilse Doris Lippen rutschte ein nervöses Beben als sie nun sagte zu Markt Nummer 4 dem ehemaligen Bäcker Obermeister Haus weißt schon an dem die goldene Brezelhängt erwiderte der Chauffeur indem er den Wagen ankurbelte Langsam nur ganz langsam befahl Herr Dr. Hillinger Isidore zitterte vor dem was nun kommen musste dennoch wagte sie ihre Angst nicht in Worte zu kleiden sie überlegte sollte sie ihren Helfer in der Not bitten sie vorher aussteigen zu lassen dann aber musste sie ihm sagen dass nein um alles in der Welt sie hatte kein Doch trotz aller Angst wagte sie einen kurzen Seitenblick auf ihren Nachbarn zu werfen Dr. Hillinger war ein schöner Mann eine sehr elegante Erscheinung die gar nicht in die Schlichtheit dieses Ackerstädtchens passen wollte Ilse Dore errötete sein Blick hatte sie getroffen der in einer Ilse Dore völlig unbegreiflichen Art und Weise auf ihr ruhte Das Auto fuhr sehr langsam doch für Ilse Doris empfinden immer noch viel zu schnell sie hätte am liebsten bis in alle Ewigkeit sofort fahren mögen Der Eingang zum Städtchen das altertümliche Tor war schon passiert Jetzt bog das Auto in die Straße die nach dem Magde führte ein Ilse Dore fühlte wie ihr Herz klopfte Noch einen Augenblick dann kam das Verhängnis Im Licht einer Gaslaterne sah Ilse Dore scharf umrissen von dem im dunkel liegenden Hauseingang ab Tantchen ich komme hast du dich über mein Ausbleiben geängstigt fragte Ilse Dore noch ehe der Wagen hielt Dr. Hillinger kam jedoch zuvor er stieg aus und zog er erbietig seinen Hut vor der alten Dame Was wer sind sie schreilte es gellend von Tante Miezes Lippen Wie zu steiner starrt blickte sie dem jungen Herrn entgegen Dieter du Dieter schrie sie gellend auf Sie kennen mich fragte Dieter Hillinger Ob ich dich kenne wenn auch Jahre dahin gegangen sind seit ich das letzte Mal gesehen habe ich Isidore hatte das Auto sehr schnell verlassen Auf einen Wink seines Herren rollte es die Straße entlang Ich verstehe sie nicht stammelte Dr. Hillinger Tante Mieze war totenbleich geworden Ihre Hand die Isidore fest mit beiden Händen umspannt hielt bebte Die Gestalt der alten Dame erzitterte wie in Fieberschauern Gehen Sie ich sehe jetzt mein Irrtum Sie gleichen ihrem Vater Im ersten Moment der Überraschung glaubte ich er stehe vor mir Lächerlich er hat weiße Haare und seine Augen sehen nicht mehr so scharf Er ist gleich mir alt geworden Doch gehen Sie Isidore reiche mir deinen Arm Wir wollen nichts zu tun haben mit den Hillingers Stolz aufgerichtet wendete sich Tante Mieze Sophie riss die Haustür auf Helles Licht flutete aus der Diele Ohne den Draußenstehenden nur noch eines Blickes zu würdigen schritt sie Isidore mit sich führend in das Haus Hinter ihn fiel die Tür krachend ins Schloss 13. Kapitel Tante Mieze geht in sich Isidore hatte die ganze Nacht über fast kein Auge zugemacht Voller Sehnsucht wünschte sie den Tag herbei Zwar ein Bild von dem was er bringen würde wagte sie sich nicht auszumalen Endlich grüßte das helle Morgenlicht sie durch die Zugardinen sogleich erhob sich Isidore Sie dehnte und streckte ihre jungen Glieder Der Anfall gestern hatte keine schlimmen Folgen gehabt Nur eine innere Unruhe der sie trotz aller Selbstbeherrschung nicht her werden konnte ließ sie nicht das Gleichgewicht ihres Geistes finden Noch war still im Hause Ob Tante Mieze nach der Aufregung des gestrigen Abends noch schlief? Sie hatten sich sehr spät getrennt denn Isidore musste Tante genauen Bericht erstatten Jedes Wort jede Bewegung musste erwähnt werden Tante saß dabei still und bewegungslos in ihrem Ohrenstuhl und hielt die Hände gefaltet Sie saß im Schatten der Lampe so dass Isidore den Ausdruck ihrer Minen nicht enträtseln konnte Selten nur warf sie ein Wort zwischen Isidores Erzählung nur weiter weiter drängte sie sobald das junge Mädchen schwieg Ob sie mal nach der Tante sah ehe sie in den Garten frühstücken ging Nein lieber nicht Ruhe ist ihr sehr nötig sie war schon die Tage vorher nicht recht auf dem Posten und Emmerichs Besuch brachte ihr viel Aufregung Als Isidore diese Entscheidung getroffen hatte ging sie hinaus in den Garten Es herbstete schon stark Dichte Nebel lagen über dem Gipfel des Schloss Berges Doch Isidore hatte heute keinen Blick für die sie umgebenden Schönheiten der Natur Ja sie vergaß sogar sich von den köstlichen reine Klauden zu pflücken die sie doch leidenschaftlich gern verspeiste Auf dem Tisch in der Laube stand ihr Frühstück Milch und Weißbrot schon bereit Doch ohne es zu berühren saß Isidore still und blickte träumerisch vor sich hin Dachte sie an ihre Schulausgaben wohl schwerlich Heute nahmen ihre Gedanken einen ganz anderen Weg Isidore Fräulein Isidore bestürzt schaute sich die Angerufene nach allen Seiten um dann erhob sie sich und trat an den Zaun der Tante Garten nach dem Bache zu Abschluss da jenseits des Baches kein Zaun den Einblick in den Nachbar Garten störte so bemerkte Isidore Herrn Doktor Hillinger in ganzer Gestalt er grüßte und neigte sich vor damit sie besser seine Worte verstehen konnte ich habe auf sie gewartet ich musste doch erfahren ob ihnen der Unfall auch nichts geschadet hat Isidore lächelte ich bin gar nicht so schwächlich veranlagt solch ein Anfall wirft mich nicht gleich um desto besser ich machte mir schon schwere Vorwürfe dass ich gegangen war ohne sie ernstlich auf ihr Wohlbefinden zu prüfen Tante war sehr ärgerlich Ja sehr bemerkte da ich doch völlig unschuldig an all den Geschehnissen bin ich hatte übrigens noch gestern Abend eine Aussprache mit meinen Litern es muss hier ein Missverständnis vorliegen sie ahnen selbst die Ursache des Zerwürfnisses nicht Fräulein Ilse Lore wollen Sie mir helfen dieses Geheimnis aufzuklären fragte Dr. Hellinger gewiss freilich Tante hat sich in einen jahrelang gehegten Hass hineingelebt ihnen reden und dazu ohne weitere Worte stieg er die Böschung hinab und stand bald inmitten des Baches auf dem dort liegenden breiten Stein jetzt kommen sie mir bitte entgegen fürchten sie sich nicht sie bleiben auf ihrem Grund und Boden die eine Hälfte des Baches gehört zu unserem Grundstück die andere zu dem ihrer Tante früher hat sogar ein Steg über den Bach geführt doch ihre Tante hat ihn eines Nachts schon vor Jahren wegnehmen lassen sie sehen hier noch Reste von den eingerahmten Stützen des ehemaligen Steges wollen sie mir nicht helfen diese Brücke wieder herzustellen Ilse Dore zögerte doch Dr. Hillinger redet die alle Einwände und Besorgnisse geschickt aus in dem lebenden Zaun auf Tante Mietzes Seite waren im Laufe der Jahre sehr große Lücken entstanden so gelangte Ilse Dore ohne Schwierigkeiten an den Bach Dr. Hillinger bog sich weit vor um ihr ohne seinen Standpunkt zu verlassen beim Überschreiten der Steine im Wasser behilflich zu sein Im nächsten Augenblick hatte sie das Bächlein überstiegen und stand neben dem jungen Manne der sie höflich begrüßte Zuerst einmal guten Morgen Haben Sie nach dem Schreck von gestern Abend gut geschlafen Ilse Dore errötete Die Situation die man ihr eigentlich aufgenötigt hatte war doch etwas eigentümlich Ob ihr Muttchen sie gebilligt hätte Doch als nun Dr. Hillinger seine Frage wiederholte als seine tiefe sympathische Stimme so weich an ihr Ohr schlug da verschwand das Bild der Mutter und sie antwortete schnell und schlagfertig Sehr gut Herr Doktor Ich bin gar nicht so steilte es mir mit Eigentlich hatte ich sie auch nur bitten wollen mir eine Aussprache in der bewussten Angelegenheit zu gönnen Glücklicherweise setzte er fröhlich wie ein Student lachend hinzu bleibt mir noch Zeit mein Urlaub gestattet mir noch längere Tage hier zu bleiben Ilse Dore erschrak Sie Was sind Sie fragte der Doktor Isidore errötete Was sollte sie ihm antworten Die Wahrheit durfte sie keinesfalls sagen Ich dachte nur erwiderte sie ausweichend Über meine Bitte nach verendete der Doktor strahlend Eigentlich sind mir alle Heimlichkeiten unsympathisch Doch hier gibt es keinen anderen Ausweg Ihre Tante gestattet Ihnen doch nicht meiner Schwester einen Besuch abzustatten Nein in aller Ewigkeit nein Aber Sophie ruft mich ich muss fort Leben Sie wohl Herr Doktor Sophie darf mich hier nicht finden Ein Augenblick Mädchen festhalten Doch dann murmelte er etwas in seinen Bart Es klang nicht gerade wie ein Segenspruch für die unschuldige Ursache dieser Störung Ich sehe ein Sie müssen gehen Denken Sie bitte über meinen Vorschlag nach Sophies Stimme ertönte aufs Neue Ja es klang als näherte sie sich dem Bache Isidore schlüpfte Fürsorglich von Dieter Hillinger geleitet die Böschung empor Sie fühlte noch seinen festen Händedruck dann schlüpfte sie ohne sich umzusehen durch die Zaunlücke Was willst du Sophie hörte Dr. Hillinger sie bald darauf sagen Er seufzte tief auf und wendete sich dann wieder dem Garten seiner Eltern zu Mehrere Tage waren so dahin gegangen Isidore und Dieter Hillinger hatten sich noch nicht wieder gesehen Selbst der Himmel schien sich dagegen verschworen herabströmen lassen Da war an ein Zusammentreffen nicht zu denken gewesen Zwar Josepha Hillinger und Isidore hatten sich im Seminar gesprochen Ja Josepha hatte sogar von der Ungeduld ihres Bruders erzählt der oft recht abenteuerliche Pläne schmiedete um zu einer Aussprache mit Isidore zu gelangen Tante Mieze nimmt all meine freie Zeit in Anspruch berichtete Isidore Ich lebe auch in großer Sorge um Tante Ihr Aussehen gefällt mir gar nicht mehr Nicht nur ihr körperliches Befinden leidet sondern auch ihr geistiges Wesen krankt unter einer Niedergeschlagenheit die mich sehr ängstigt Ich hatte schon daran gedacht an meinen Vater zu schreiben und ihn zu bitten nach Wenkstedt zu kommen Josepha dachte eine Weile nach Dann erwiderte sie Das wäre am Ende das aller Beste vielleicht Das Eintreten des Lehrers brach jedes weitere Gespräch ab Der Unterricht begann Gott sei Dank Tante hat schon so oft nach sie gefragt Mit diesen Worten empfing die alte Sophie die aus der Schule heimkern der Ilse Dore Gehen Sie nur mal schnell zu ihr rein Nach mir gefragt Ist Tante krank? Nee ja nicht nur so unruhig Es muss ihr was im Kopf spuken setzte die alte Dienerin gewichtig hinzu Ohne sich zu besinnen betrat Ilse Dore das Wohnzimmer ihrer Tante dessen Fenster nach dem Mark dazu ging Angekleidet und peinlich frisiert saß die alte Dame wie alle Tage in ihrem Ohrenstuhl am Fenster Nur wie sonst stets mit einer Handarbeit beschäftigten Hände ruten gefaltet im Schoße Wie geht es dir liebe Tante du hast mich erwartet Mir geht es ganz Während die Tante sprach wischte sie sich mit dem Taschentuch wiederholt über die Stirn auf der große Schweißtropfen standen Ist hier warm soll ich ein Fenster öffnen Tante Mieze schüttelte nur mit dem Kopf und zeigte dabei auf einen Sessel der dicht neben ihrem Platze stand Setze dich wiederholte sie und dann erzähle mir noch einmal ausführlich was am Abend nachdem Emmerich abgereist war geschehen ist Ilse Dore erstaunte sie wusste nicht was sie sagen sollte Tante selbst fragte nach den Ereignissen ohne den Namen Dr. Hillingers zu erwähnen konnte es doch nicht geschehen aber durfte sie so ohne weiteres diesen Namen nennen nachdem ihn Tante so voller Hohn aus ihrem Hause gewiesen hatte Ilse Dore überlegte nun so fange doch an warf Tante ungeduldig ein wirst ihr alles noch wissen und Ilse Dore begann anfangs leise und stockend erzählte sie getreulich was sich an jedem Abend zugetragen hatte wie sie vor Schreck über das plötzlich auftauchende helle Licht ohnmächtig geworden war und sich in dem Auto wieder gefunden hatte Tante Mieze unterbrach mit keiner Silbe diese Erzählung sie nickte nur öfter mit dem Kopf erzähle weiter mahnte sie dockend berichtete das junge Mädchen von ihrer Fahrt nach Hause dann schwieg sie bestürzt sie konnte doch unmöglich erzählen was nun geschehen war Tante Mieze lachte auf doch es war kein böses lachen willst nicht mit der Sprache heraus freilich ich wurde recht heftig als ich deinen Begleiter sah ich hielt ihn anfangs für seinen Vater der mir das größte Erdenleid angetan hat sei ruhig Isidore mein Kind das ist nun vorbei das liegt alles hinter mir das war das letzte Aufbrausen eines gematerten Herzens jetzt ist es still ganz still in mir geworden mein Hass ist schlafen gegangen ich bin alt geworden stehe mit einem Fuß schon im Grabe da da schwindet unschuldig ihm möchte ich gern danken für das was er an dir getan hat anfangs hatte tante mietze nur sehr leise gesprochen die letzten worte klangen hell durch das zimmer tantchen du wolltest dita hillinger empfang ist dir das nicht recht ich dachte mit glühenden wangen kniete Isidore neben ihrer Tante nieder sie verbarg ihr Gesicht in den falten des schwarzen kleides das tante mietze auch heute wie alle tage trug aber woher soll er wissen fragte Isidore ihre stimme schwankte zwischen lachen und weinen ihre augen straten förmlich die alte dame an die sichtlich damit zufrieden was ihr hier so ohne worte klar wurde sich behaglich in ihren stuhl zurück lehnte gibt nur fein acht der herr scheint sehr viel Zeit zu haben er ist heute morgen schon wenigstens ein dutzend mal hier vorbeimarschiert dabei hat er jeden ziegel auf meinem dache förmlich polizeilich aufgenommen wird schon bald wieder kommen das übrige überlasse ich deinem scharfsinn junge mädchen sind doch sonst nicht so unerfahren in solchen dingen man trifft sich auf seltsame weisen und sollte es mitten in einem bache sein setzte sie leise kichernd hinzu tantchen du weißt flammte Ilse Dore auf was am hellen lichten tage geschieht bleibt niemals verborgen er kam ganz zufällig ergänzte Ilse Dore solche sachen kommen stets zufällig ereifere und entschuldige dich nicht schau lieber aus eine weile blieb es still im zimmer plötzlich atmete Ilse Dore hörbar auf sie sah die gestalt des jungen arztes um die rathausecke biegen doch sie regte sich nicht er schien geradewegs auf tantes haus los zu steuern nun blieb er stehen dann aber kurz entschlossen stieg er die beiden steinstufen hinauf und bewegte den Türklopfer er kommt er kommt rief Ilse Dore in der Freude ihres Herzens dann aber begriff sie dass sie sich verraten habe und schlich schamvoll errötend zur Seite Tante Mieze lächelte siegesgewiss denn trotzdem eine neue Zeit heraufgestiegen war so klopften doch die Herzen der jungen Mädchen heute noch ebenso stürmisch wie vor Jahren als ihre Großmütter junge Mädchen waren 14. Kapitel nach Jahren Falkschnell war die Zeit dahin gegangen Ilse Dore war trotzdem sie sich mit Dr. Hillinger verlobt hatte in Wenkstedt geblieben einem Wunsch ihrer Tante folgend hatte sie Examen auf dem Seminar gemacht sie hatte es gleich ihrer Freundin und Schwägerin Josepha mit Ehren bestanden der steht über den Bach war neu errichtet er wurde sehr oft benutzt zwar Tante Mieze betrat niemals den Nachbars Garten sie hatte es auch nicht nötig das junge Volk versammelte sich gern um ihren Lehnstuhl die alte Dame fühlte sich in letzter Zeit viel kräftiger Behandlung Dr. Dieter Hillingers zu Seit einem Jahre nachdem er von einer Weltreise zurückgekehrt war hatte er sich als praktischer Arzt in seiner Heimatstadt niedergelassen Auf der neu angelegten Villenstraße hatte er sich ein schönes Heim errichtet Stadtlich stand das Haus im Garten blühten die Rosen in verschwenderischer Pracht In den Zweigen der reichen Blütenschmuck tragenden Obstbäume bauten sich kleine Singvögelchen ihre Nester und ließen ihre Liebeslust in herrlichem Gesang ausströmen Seit fast vier Wochen lebte Ilse Dore in ihrem Elternhause denn es galt noch so mancherlei für den neuen Haus stand fortzubereiten ob schon das Haus fertig eingerichtet war und nur auf den Einzug der jungen Herrin wartete Tante Mieze war natürlich zugleich mit Ilse Dore abgereist nun fühlte sich die alte Dame sehr behaglich unter dem bescheidenen Dach ihres Bruders und unter der liebevollen Pflege ihrer Schwägerin Frau Betty Mellenhoff war überglücklich der Wunsch ihres Lebens ihre beiden Kinder in gehobener Lebensstellung zu sehen war erfüllt und sie selbst war jetzt in der Lage sich das Leben etwas angenehmer zu gestalten Ilse Dore war glückliche Braut und Emmerich hatte sein erstes Examen bestanden Als seine erste heilige Handlung als Kandidat der Theologie hatte er sich das Recht dazu erworben wünschte er die Ehe seiner Schwester einzusegnen Seine Mutter war beseeligt ihren Sohn als Geistlichen im Ornat am Altar zu sehen Noch mehr entzückte sie die Aussicht Emmerich in absehbarer Zeit als wohlbestellten Fahrherrn in seinem Heimatstädtchen Schalten und Walten zu sehen Damit war der Traum ihres Lebens erfüllt Alles hatte sich zum Besten gefügt Ilse Dore lehnte am weit offenen Fenster ihres Mädchen Stübchens Es war still und einsam im kleinen Hause am Waldes Rand Vater Mellenhoff war längst wieder in der Fabrik Tante Mieze genehmigte ihr tägliches Mittagsschläfchen und Frau Mellenhoff schrieb an Emmerich um ihn noch zu erinnern dass er ja nicht vergessen solle Onkel und Tante aus Berlin mitzubringen Nur aus der Küche in der seit ein paar Wochen ein kräftiges Mädchen hantierte klang hin und wieder ein Ton Ilse Dore beobachtete mit Aufmerksamkeit ein junges Finkenpärchen das voller Emsigkeit allerlei Gegenstände zum Nestbau heranschleppte Wie fleißig mühten sich die zierlichen Tierchen und wie fröhlich klang ihr Titoldätsch Titoldätsch wenn sie flatterten Ilse Doris Gedanken hinab in die Vergangenheit Sie musste jenes Tages gedenken an dem sie vor nun fast zwei Jahren Abschied von ihrem Eltern Hause genommen hatte um hinaus in die Fremde zu ziehen Wie hatte damals ihr Herz gebangt ob schon es der Erfüllung ihres Herzenswunsches gegolten hatte Und wie schön wie herrlich hatte sich alles erfüllt Ja viel mehr als sie damals gedacht und erhofft hatte war ihr vom Schicksal beschert worden Nun zog sie auch bald wieder hinaus aus dem lieben alten Eltern Hause Doch wie so ganz anders gestaltete sich dieses Scheiden Sie verließ es an der Hand ihres lieben Dieter Sie folgte dem Geliebten in sein Haus War sie nicht glücklich zu preisen Und tiefer in die Vergangenheit versenkte sich Isidore Sie gedachte ihrer fröhlichen Jugend gespielen Am Vormittag hatte sie endlich einen Brief von Margarete Helldorf erhalten Ja ich antworte dir erst heute weil ich immer noch dachte an deiner Hochzeit bei dir zu sein aber leider ist es mir unmöglich mein Vater ist leidend ich darf ihn also nicht allein lassen Er macht sich Vorwürfe an dem spurlosen Verschwinden von Johannes die größte Schuld zu tragen Trotz der weitestgehendsten Nachforschung bleibt er verschollen Ich fürchte er hat damals in unbegreiflicher Seelen Niedergeschlagenheit seinem wie er glaubt verfehlten Leben ein Ende gemacht Vater weiß diesen Gedanken weit von sich Selbst die Freude über meine Verlobung mit Wilfried Dörfel Doktor der Chemie leidet darunter Nun hat sich Vater entschlossen die Apotheke zum König Salomon die nur verpachtet war wieder selbst Selbst der alte Schmetter kehrt mit uns zurück und zwar schon recht bald Ich hoffe dass sich dann auch das Dunkel auflöst das über Johannes Leben liegt Ich So weit war Isidore gekommen als es leise an ihre Zimmertür klopfte Herein rief sie mit heller Stimme und Elisabeth Wehrhaus trat ein Das junge Mädchen hatte sich zu ihrem Vorteil verändert Sie hatte in der Pension die letzten Reste der Kindheit abgestreift Eine gereifte anmutvolle Sicherheit zeichnete ihr ganzes Auftreten aus Ach Elisabeth welch lieber Besuch rief Isidore ihr entgegen Ich störe dich doch nicht Ich komme heute als Abgesandte zu dir Aha also ein offizieller Besuch bemerkte Isidore feierlichen ernst markierend Nun dann nimm Platz und dann los mit deinen Neuigkeiten Ich soll dir dieses Paketchen von Leo überbringen Er schickte etwas an Mutter und da hatte er es gleich beigelegt Ich denke es ist wohl ein kleines Hochzeitsgeschenk Leo erfuhr durch Mutchen dass du Hochzeit feierst Isidore betrachtete mit ziemlich schlecht verhielter Neugierde das kleine Paketchen Was mag es wohl enthalten fragte sie mehr zu sich als zu Elisabeth gewendet So öffne schnell dann siehst du es gleich ried Elisabeth Isidore folgte dem guten Rat ein Brief und ein zierliches Kästchen lagen in dem kleinen Paket Ich bin selbst neugierig was mein Brüderlein ausgesucht hat Leo versteht sich auf solch kleine nette Sächelchen Ein A der Überraschung entfloh Isidores Lippen als sie den Deckel des Kästchens lüftete Auf einem Polster von weißem Samet lag ein kunstvoller Anhänger Er stellte ein fein ziseliertes goldenes Eichenblatt dar auf dem ein zierlicher Schmetterling saß Seine ausgebreiteten Flügelchen waren mit bunten Edelsteinchen besetzt Isidore klappte das Kästchen rasch wieder zu Viel zu kostbar für mich sagte sie in ihrer schlichten Weise Dann wendete sie sich an Elisabeth Darf ich den Brief jetzt lesen? Aber natürlich ich betrachte mir inzwischen den Schmetterling noch einmal Isidore öffnete den Brief umschlag Gedanken voll Lassie Leo schrieb ihr sehr freundschaftlich und wünscht ihr mit so lieben Worten Glück zu ihrer Vermählung Schade dass ich sie nicht als alter Jugendfreund zum Altar geleiten kann mehr als Ältesten aus unserem Kreise wäre diese Ehre zugekommen Nun liegt das Weltmeer zwischen uns aber herzlichst werde ich ihrer an ihrem Ehrentage gedenken und staunen sie noch jemand wird mit mir ihrer gedenken jemand den sie längst als verschollen betrauert haben Johannes lebt rief Ilse Dore das Briefblatt sinken lassend Elisabeth höre Johannes lebt erst mit Leo zusammen höre was dein Bruder schreibt sie las nun aufmerksam weiter ganz zufällig begegnete ich in der Riesenstadt New York unserem Johannes wie seltsam der Zufall oft spielt gedankenlos schleuderte ich nach Geschäftsschluss durch die geraden Gassen von New York als mich ein Hustenanfall befiel und mich nötigte in eine Apotheke einzutreten um mir eine Kleinigkeit zu kaufen sie können sich meinen Erstaunen denken als ich hinter dem Ladentisch unseren Freund Johannes entdeckte er hatte mich auch sofort erkannt denn er versuchte sich vor mir zu verbergen doch ich ließ den Schlingel nicht aus den Augen und stellte mir den Mann zuerst wollte er gar nicht mit der Sprache heraus doch als ich ihm von Deutschland von dem König Salomon von seinem Vater von Schwester Margarete erzählte da stieg ihm das Blut jährlings in die Wangen er wurde zutraulich er vergoss Tränen heißer Reue über seinen Touren Streich wir kommen jetzt täglich zusammen und nun habe ich ihn auch schon so weit dass er mir versprochen hat noch diesen Herbst nach Europa zu fahren und seinen Vater aufzusuchen welch seltsamer Zufall Johannes verließ Deutschland heimlich unter großen Fairnessen wollte er dem König Salomon entfliehen und und dass der oft schnoddrige Leo doch auch einmal kräftig in ein Lebens Schicksal eingreifen konnte grüßen sie mir alle die welche sich meiner in Freundschaft erinnern und seien sie selbst herzlichst gegrüßt von ihrem alten Freunde Leo Wehrhaus NB wirst du liebe Ilse Dore auch von mir einen Glückwunsch annehmen ich weiß ich habe durch meinen Torenstreich das Recht dazu verwirkt Johannes Ilse Dore schlug die Briefblätter zusammen sie war tief erschüttert ihre hellen blauen Augen füllten sich mit Tränen dann aber flüsterte sie Johannes lebt das ist mein schönstes Hochzeitsgeschenk wie glücklich wird Grete sein dann flog sie die Treppe hinab um ihrem Muttchen die Freudenbotschaft zu überbringen langsam folgte ihr Elisabeth so war der Tag vor der Hochzeit angebrochen eben Gamm nebst Schwester vom Bahnhof abgeholt bist du nun glücklich hatte Dieter Hillinger sie leise und zärtlich gefragt Ilse Dore schlug ihre schönen blauen Augen zu dem geliebten Frager auf und sich eng an seinen Arm schmiegend erwiderte sie einfach und schlicht du weißt ja dass ich wunschlos glücklich bin ach Dieter die Welt das Leben ist doch so unaussprechlich schön der schlanke Mann an ihrer Seite neigte sich zu ihr herab er drückte einen Kuss auf die Stirn seiner Braut Josepha eilte wie beflügelt immer einige Schritte voraus sie kannte ja das kleine Haus am Wald des Rande noch nicht von dem ihr so viel vorgeschwärmt hatte aus dichtem deutschen Wald habe ich mir die Gefährtin den treuen Kameraden auf der Pilgerfahrt durchs Leben geholt flüsterte Dieter hier ist gut sein so fern von der Welt Unrast und Tücke erwiderte Josepha während ihre jungen Augen sich an dem köstlichen Grün der hochstammigen Waldbäume erfreute wo steckt Emmerich fragte Ilse Dore nachdem die erste stürmische Begrüßung mit den lieben Gästen stattgefunden hatte ich habe ihn noch nicht gesehen vielleicht studiert er seine Traurede noch einmal sagte Frau Mellenhoff ach gebet ich weiß wo er steckt meinte Tante Mieze vor ein paar Minuten kam er aus dem Walde er musste einen weiten Weg zurückgelegt haben denn er sah erhitzt aus ich frage ihn woher er komme da antwortete er voller hast liebe tante jetzt habe ich gar keine Zeit nachher liebste tante solltest du alles erfahren mit einem Sprunge setzte er die Treppe hinauf kam aber sogleich doch umgekleidet wieder ich muss einen Besuch machen rief er mir davon allen noch zu Isidore warf Dieter einen verständnisvollen Blick zu ich ahne wohin er gelaufen ist ich wünsche ihm vom ganzen Herzen alles Gute fälzte sie nachdenklich gestimmt hinzu die Trauung war vorüber Bruder Emmerich hatte liebe tief ergreifende Worte zur Einsegnung der Ehe seiner einzigen Schwester gesprochen Mutter Mellenhof hatte fast Ströme von Tränen vergossen selbst Tante Mieze war tief gerührt Isidore vergoss keine Träne sie stand ihr am schönsten Ziel der Traum ihres Lebens hatte sich ja erfüllt weshalb sollte sie da weinen der Hochzeitszug schritt feierlich wie es in der kleinen Stadt Sitte war zu Fuß dem Waldhäuschen wieder zu es waren nur wenig Gäste die Isidores Ehrentag mit ihr feierten doch trug Elisabeth Wehrhaus einen schönen Maiblumenstrauß an dem Ausschnitt ihres gestickten Mullkleides lieblich und anmutig glich sie selbst einem frisch erblühten Maiblümchen ihrem Tischnachbar Kandidat Emmerich Mellenhoff musste dieser Vergleich auffallen denn er neigte sich zu Elisabeth und flüsterte ihr ein paar Worte zu sie errötete und blickte verschämt auf den Maiblumenstrauß der vor ihrem Ilse Dore schien diese leise geflüsterten Worte verstanden zu haben sie nickte dem Bruder zu und ihr Weinglas gegen das junge Paar erhebend flüsterte sie folgt uns bald nach Emmerich lächelte und hob sein Glas gegen die Schwester Elisabeth hatte ihr Glas auch erhoben doch sie nippte nur während eine hohe röte ihr liebes gesicht überflutete Ende